super ausgezeichnet dann legen wir los ein paar organisatorische worte bevor wir wirklich ins thema einsteigen dieser workshop ist ein workshop nicht einfach ein konferenzvortrag insofern macht diesen workshop bitte zu eurem workshop stellt fragen wenn ich etwas schlecht erkläre oder zu schnell bin unterbrecht mich nutzt das chatfenster dafür ich werde regelmäßig drauf schauen oder schaltet einfach das mikrofon ein und fragt wie es für euch besser ist je mehr fragen ihr stellt je interaktiver das ganze wird desto besser wird es auf euch zugeschnitten sein und desto besser kann ich wirklich auf eure fragen und eure probleme eingehen das ist mir ein ganz wichtiger punkt vom ablauf her wir werden uns in etwa eineinhalb stunden aufhalten mit neuerungen in dotnet 6 also performance verbesserungen verbesserungen in der common language runtime in der base class library in den jit compilern solche dinge und dann werden wir ungefähr eine stunde mit der sprache see sharp verbringen dazwischen machen wir eine kurze fünfminütige pause damit jeder und jede sich vielleicht einen kaffee holen kann eine biologische pause einlegen kann oder was zu trinken holen kann wie immer wir das dann ungefähr machen also so in etwa wird das laufen gesamtdauer ist ausgelegt auf zweieinhalb stunden legen wir los ich darf mir als erstes vorstellen wenn man in eine neue gruppe eintritt und ich glaube ich kenne die meisten von euch noch nicht ich war glaube ich noch nie bei euch dann gehört es sich dass man sich vorstellen und das möchte ich hiermit kurz machen mein name ist einer strobeck ich übertrage aus dem schönen leonding bei links das ist eine stadt in österreich ziemlich genau zwischen salzburg und wien und wer im anschluss an diesen workshop sich mit mir verknüpfen möchte hier unten seht ihr einen link zu meiner digitalen visitenkarte und bei diesem link ich darf da jetzt mal drauf gehen habt ihr dann rechts unten da unten links zu verschiedenen sozialen medien wie beispielsweise twitter oder linkedin github auch mein youtube kanal der relativ viel see sharp content beinhaltet ist dort ebenfalls verlinkt wenn ihr euch mit mir verknüpfen wollt dann nutzt bitte eine dieser plattformen das ist die beste art und weise wie man gegenseitig auf dem laufenden bleibt und wie man nachrichten austauschen kann ich bin selbst software entwickler seit über 25 jahren ich habe eine entsprechende schule gemacht und habe dann mit cc++ programmierung begonnen und mit den ersten technical previews von see sharp und dotnet bereits meine dotnet karriere begonnen ich mache das also schon mehrere jahrzehnte und es macht mir heute noch genauso viel spaß wie am ersten tag jeder tag an dem ich code schreiben darf ist ein guter tag sage ich immer ich bin microsoft mvp und regional director das verwechseln viele damit dass sie meinen ich bin auf der payroll von microsoft das ist nicht der fall diese titel erhält man für arbeiten in der community für wenn man sich intensiv mit den produkten von microsoft auseinandersetzt und darüber schreibt blogs erstellt videos erstellt trainings macht dann wird man von microsoft zum most valuable professional und oder regional director nominiert ich bin mvp für azure die cloud computing plattform und für developer technologies das ist das was heute relevant ist für diesen vortrag neben meiner beruflichen tätigkeit in meiner eigenen firma software architekts wir stellen software service lösungen auf cloud basis her bin ich auch trainer ich mache viele trainings wie das hier beispielsweise ich bin lehrer ich unterrichte einen tag pro woche an einer schule an einer schule für informatik die 17 18 19 jährigen die sind also am beginn ihrer karriere ich bin mentor für verschiedene projekte schulprojekte solche dinge und mein herz schlägt ganz klar für die community ich darf seit einigen jahren obmann des coding club links sein wir betreiben dort unter anderem den das kododojo links das ist ein programmierclub für kinder und jugendliche das machen wir seit über sechs jahren jede woche treffen wir uns mit kindern ab sieben acht jahren und programmieren mit denen gemeinsam und in den letzten jahren habe ich mich auch einigermaßen mit dem thema rust auseinandergesetzt aber das ist heute überhaupt nicht unser thema es gibt ein meetup sollte ich rast interessieren dann schaut mal bei unserem rast links meetup vorbei also das bin in kurzen worten ich ja was gibt es sonst noch von mir zu sagen ich bin begeisterter radfahrer ich laufe gerne ich habe zwei katzen meine frau ist auch software entwicklerin die sitzt mir gegenüber das ist ungefähr ja jetzt kennt ihr mich schön gehen wir in das eigentliche thema bevor wir wirklich in die harte technik reinschauen möchte ich gerne ein paar worte über strategisch über die strategische ausrichtung von dort mit reden worüber wie entwickelt sich dort nicht und die überschrift die hier drüber steht über allem was ich erzählen werde in den nächsten zweieinhalb stunden ist 1.net das unification project ist die große überschrift warum ist das überhaupt relevant warum ist das überhaupt notwendig ich bin jetzt selbst schon eine ganze weile bei dort net dabei und dort net hat sich im lauf der zeit drastisch weiterentwickelt hier symbolisiert durch dieses fahrrad was sich schritt für schritt weiterentwickelt das dort net von heute ist nicht mehr das dort net von vor 20 jahren wenn man kurz zurückdenkt an die geschichte von dort net dann wird man sehen dass natürlich alles begonnen hat in dieser guten alten windows welt wo microsoft ein framework entwickelt hat das windows only war und closed source es wurde zwar die sprache sie schaub standardisiert und der community zur nutzung übergeben aber die implementierung war komplett auf basis von windows und komplett closed source es gab dann eine gruppe von leuten die natürlich fans von sie schaub wurden und gesagt haben sie schaub auf windows ist nicht genug ich will sie schaub auch auf linux programmieren können ich will sie schaub auch auf android später bei den mobilen plattformen entwickeln können und dadurch ist diese plattform mono entstanden mono war und ist eine komplette neu implementierung der c-sharp compilers der base class library der common language runtime alles auf basis von open source und vom ersten tag an cross platform aber in den early days wenn man so will von dot net war mono und dot net framework strikt test getrennt aufgrund von von nutzungsbedingungen und rechtlichen rahmenbedingungen strikt von anderthal getrennt dann hat microsoft irgendwann gesehen naja die zukunft geht dann doch ein wenig in eine andere richtung die zukunft heißt cross plattform wenn sie schaub und dot net in zukunft eine rolle spielen soll dann muss diese sprache und diese plattform anderen plattformen zur verfügung stehen man hat außerdem erkannt dass open source der zug der zeit ist wenn man so eine plattform entwickelt ohne open source zu sein spielt einfach nichts mehr und daher hat man dieses projekt dot net core ins leben gerufen man hat sich einfach gedacht nehmen wir unser tolles dot net framework reduzieren wir es auf den kern auf das wichtigste die ganzen auswüchse die im lauf der zeit entstanden sind die lassen wir weg reduzieren wir es auf das wichtigste und dann gehen wir her und nennen das ganze dot net core packen es auf github stecken das ganze auf verschiedene plattformen und alles ist gut naja ist nur teilweise aufgegangen es ist super aufgegangen weil die open source story funktioniert die cross platform story funktioniert aber man hat herausgefunden die kompatibilität ist für die kunden ein sehr wichtiger wert also einfach auf das minimum zusammenschrumpfen das kann es nicht sein und mittlerweile ist dot net core nicht mehr einfach nur core sondern dinge die früher undenkbar waren für dot net core wie zum beispiel win forms sind jetzt ebenfalls in dot net wieder verfügbar und aus diesem grund hat man sich entschlossen dass man aus dieser vielfalt an varianten von dot net wieder ein dot net macht ein erster schritt in diese richtung war dot net standard dot net standard ist mit dot net core gekommen und mit dot net core hat man gesagt lasst uns bitte die dot net class library standardisieren und versionieren und wenn man dann als entwickler in gegen den dot net standard programmiert gegen eine spezifische version des dot net standards programmiert dann kann man sich sicher sein dass seine library mit dem dot net framework klappt mit mono klappt mit dot net core klappt das ist also die klammer über all diese bestehenden frameworks und in zukunft geht man jetzt noch einen schritt weiter in zukunft lassen wir dieses ganze post fix framework oder core oder auch mole das lassen wir einfach weg nennen wir es wieder dot net denn seitdem dot net das dot net von microsoft und der c sharp compiler von microsoft seitdem die open source sind braucht es diese vielen verschiedenen varianten nicht mehr warum sollte irgendjemand eine zweite variante der dot net base class library entwickeln ja es könnte ein hobby projekt sein aber so etwas professionell auf die beine zu stellen und dann wirklich zu warten langfristig kostet unglaublich viel geld und das wäre eine verschwendung von humankapital wenn man hier mehrere varianten gleichzeitig wartet die das gleiche tun also weg mit dem ganzen framework core mono zeugs machen wir ein dot net draus und das ist es was das große große thema von dot net 6 schon von dot net 5 aber in dot net 6 wird das thema fertig gemacht das ist das große thema von dot net 6 one dot net unification ich habe hier eine zweite kleine grafik die habe ich heraus kopiert die gehört der microsoft aber ich glaube sie stellt das recht schön da ihr seht da unten dot net 5 später dann ab herbst dot net 6 ist die gemeinsame klammer jetzt über alle dinge egal ob es mobile oder cloud oder desktop oder iot ist alles basiert auf diesem einen dot net dot net standard ist nicht tot auf keinen fall dot net standard ist immer noch relevant da es sicherlich bei euch auch viele applikationen gibt die nicht über nacht auf dot net 6 migriert werden können sondern es kann sein dass es legacy apps gibt legacy code is coded earns money heißt es immer es kann sein dass es legacy apps gibt die man nicht über nacht updaten kann und wenn man jetzt gemeinsame bibliotheken bauen will die alt und neu unterstützen dann spielt dot net standard immer noch eine rolle aber für alles was greenfield ist was neu entwickelt wird dot net 5 dot net 6 das ist die plattform wo es hingeht bitte unterscheidet zwischen dot net und sich sharp auf der einen seite und den tools die tools visual studio 2022 ich werde heute 2022 verwenden oder 2019 oder visual studio code diese tools sind unabhängig von der versionierung von dot net und von den sprachen ihr könnt dot net 6 mit visual studio 2019 verwenden und mit 2022 ihr könnt dot net core mit 2022 machen auch wenn es die neue version ist tools sind das was sie sein sollen entwicklungsumgebungen und die plattform die sprache kann sich unabhängig davon weiterentwickeln gleiches gilt für visual studio code und gleiches gilt auch für die kommandozeile wo man natürlich ebenfalls alles machen kann wenn man ganz andere editoren verwenden will vielleicht gibt es ja irgendwelche vifans oder emacs fans im publikum gerne dot net ist das gleiche schauen wir jetzt gezielt in richtung dot net 6 das wird uns jetzt die nächsten zweieinhalb stunden also zweieinviertel stunden beschäftigen der plattform support ist de facto der gleiche wie in dot net 5 neu dazu kommt arm 64 unterstützung für mac os das ist wichtig für die cross-platform story ansonsten ist beim umstieg von dot net 5 auf dot net 6 nichts groß zu beachten es wird relativ problemlos klappen auch der umstieg von dot net core 3.1 auf dot net 5 und dot net 6 wird relativ problemlos möglich sein je weiter man im framework stack nach oben kommt also richtung asp dot net core beispielsweise oder richtung xamarin wo es jetzt in richtung maui geht vielleicht habt ihr das schon mal gehört je weiter man in diese ui bezogenen frameworks kommt oder workload spezifischen frameworks dort gibt es unterschiede und da wird man nicht so einfach mit einem schnitten der finger umstellen können von einer version auf die nächste aber wie in diesem vortrag in diesem workshop geht es ja um die basisplattform und die compiler und die runtime umgebung und die base class library und die sprache in diesem bereich müsst ihr beim umstieg dieser neuen versionen 3.1 auf 5 auf 6 nichts großes erwarten der umstieg von dot net framework oder mono könnte etwas aufwendiger sein müsste aber an sich auch recht gut gehen solange ihr euch in der base class library befindet wie gesagt workshop spezifische dinge asp net core entity framework und so weiter da tut sich viel und da könnt ihr nicht erwarten dass ihr einfach so umsteigen könnt da müsst ihr etwas mehr zeit einrechnen aber das ist nicht thema des heutigen workshops LTS dot net 5 war keine long term support version das war eine current version soweit ich mich erinnere gibt es 18 monate patches nach erscheinen long term support versionen zählen drei jahre da gibt es drei jahre aktive weiterentwicklung und unterstützung es wird in zukunft einen jährlichen versions rhythmus geben immer im herbst kommt eine neue version raus herbst 2020 war dort mit 5 herbst 2021 wird dort mit 6 und so wird es die nächsten jahre weitergehen dort mit 7 kommt im herbst 2022 im normalfall november aber ihr wisst ja wie das ist es kann mal was dazwischen kommen sagen wir mal herbst dazu bitte seid euch darüber im klaren dass die dotnet framework varianten und die dotnet core varianten einbahnstraßen sind einbahnstraßen entschuldigung sackgassen sind das wollte ich sagen sackgassen nicht in dem sind dass ihr panisch den code rauswerfen müsst und unbedingt morgen gleich umsteigen auf dotnet 6 das ist nicht der fall der support ist weiterhin da aber es ist eine sackgasse in dem sinn dass in dotnet framework und dotnet core keine große innovation mehr stattfinden wird das heißt ihr solltet jetzt eine gute strategie entwickeln wie ihr eure bestehenden codes in den nächsten jahren modernisiert dotnet standard ist ja eine gute basis hier kann man gewisse teile des codes raus extrahieren so dass er in der neuen und in der alten welt anwendbar ist und dann könnt ihr vielleicht neue programme oder programmteile auf der neuen plattform entwickeln vielleicht gewisse micro services bereits auf dotnet 5 oder 6 entwickeln während vielleicht andere teile noch legacy bleiben weil dort abhängigkeiten drinnen sind die nicht so leicht umzustellen sind das kann ich nicht pauschal beantworten hier müsst ihr von projekt zu projekt untersuchen wie die umstellung am besten funktioniert ein kleiner hinweis am ende das werde ich nicht demonstrieren es ist einfach ein nützlicher hinweis der dotnet sdk der bis zur version dotnet core monolithisch war ich konnte einen sdk installieren und hatte ich alles ist mittlerweile modular weil es so viele plattformen dazugekommen sind android android ios maui beispielsweise für crossplatform user interfaces und deshalb ist microsoft jetzt hergegangen in dotnet 5 wurde das begonnen und in dotnet 6 wurde es erweitert und hat einen neuen befehl erfunden der heißt dotnet workload mit dotnet workload könnt ihr solche workloads wie zum beispiel den android bezogenen sdk den ios bezogenen sdk selektiv installieren und ihr müsst nicht mehr alles auf eure maschine drauf installieren wenn ihr den sdk installiert ich glaube diese kommandos könnt ihr selbst ausprobieren insofern denke ich da können wir schnell drüber gehen achtet bitte bei meinen slides immer auf diese blauen links da links unten rechts unten rechts unten entschuldigung und diese links führen euch zu weiterführender dokumentation und dann bei den beispielen zu den entsprechenden code beispielen modularer sdk schön ich nehme einen schluck wasser schaue dabei auf den chat und schaue ob es irgendwelche fragen gibt aktuell noch keine fragen gut das war die einleitung einleitung damit wir mal wissen in welche richtung strategisch sich das ganze bewegt und jetzt gehen wir rein in die technik und das erste worüber wir reden wollen ist crossgen 2 also known as ready to run format ready to run kennen vielleicht manche von euch schon von früheren versionen von dotnet crossgen 2 ist eine komplette eine komplette neue entwicklung des code generators in dotnet ich werde gleich mehr dazu erzählen reden wir aber kurz bevor wir auf crossgen eingehen reden wir kurz über dieses ready to run file format das ready to run file format ist ein binäres format also exe ein executable format das näher an maschinensprache dran ist als intermediate language erinnert euch wenn man normales c sharp nimmt und mit dem normalen compiler kompiliert fällt am ende des tages eine dll oder ein executable heraus und der entsprechende code ist kodiert in binärer intermediate language intermediate language ist eine sprache die immer noch objektorientiert ist die funktional sie reichhaltig ist die relativ relativ gesehen relativ nah an sie schaub dran ist ihr könnt euch vorstellen wenn so ein programm dann gestartet wird dann braucht der sogenannte just in time compiler eine ganz schöne weile um dieses intermediate language format in maschinensprache zu kompilieren damit das zeug wirklich ausführbar ist und das hat zu relativ langsamen start up zeiten in größeren sie schaub applikationen geführt ihr kennt das vielleicht aus eigener erfahrung wenn man ein sie schaub programm startet dann ist es nicht unbedingt berühmt dafür dass es sofort da ist und jetzt zieht sich natürlich sie schaub konfrontiert mit einer ganzen menge von neuen mitbewerbern mitbewerber wie go wie rust beispielsweise die alle schon auf maschinensprache runter kompilieren und blitzartig schnell starten und hier brauchen wir eine eine antwort auf diese frage die antwort lautet ready to run ready to run r2r oder rtr manchmal abgekürzt ist ein dateiformat wo nicht mehr intermediate language drinnen ist oder nicht nur intermediate language so muss ich sagen sondern eine kompilierte eine ahead of time kompilierte variante des codes der schon viel ich habe viel näher an maschinensprache dran ist das heißt die grund die letzte meile bis zur wirklichen maschinensprache ist dann nur noch eine optimierung die man machen kann aber nicht unbedingt machen muss das heißt die start up time muss weit weniger arbeit in just in time compilation investieren dieses ready to run file format unterstützt alles von voll gechittet also intermediate language bis voll aot und alle varianten dazwischen das ist für euch nicht so wichtig die technischen details sind nur für microsoft wichtig das wichtige ist dass ihr das ziel versteht das ziel ist ein executable zu haben das näher an der maschinensprache eures computers dran ist und deshalb flotter startet nachteile gibt es auch die dateien werden größer eure executables werden größer als die mit intermediate language und ihr müsst euch beim kompilieren für eine plattform entscheiden win 64 win 32 linux also wenn ihr für verschiedene plattformen euren code herausgeben wollt dann müsst ihr mehrfach kompilieren und mehrfach deployen je nachdem welches zielsystem der endanwender oder die endanwenderin hat mit diesen drawbacks müssen wir einfach leben cross gen 2 ist jetzt der generator der ready to run erzeugt in dotnet 6 ersetzt cross gen 2 das alte cross gen alt unter anführungszeichen das alte aus dotnet 5 bekannte cross gen das ist ein kompletter rewrite von diesem cross gen und dieser cross gen kann über visual studio das werde ich euch demonstrieren angeworfen werden man kann ihn in der kommando zeile aufrufen ihr seht hier das entsprechende kommando die option um genau zu sein oder man kann es ins csproj file eintragen das ist hier dieses setting im csproj file dann bekommt man dieses ready to run file format und die konsequenzen und was man damit alles tun kann das möchte ich euch hier jetzt in einer demo zeigen lasst mich hier in mein visual studio einsteigen moment ich muss das hier kurz beenden und hier meine demo her holen genau ich öffne das projekt wie ihr seht in visual studio 2022 ihr könnt den code auch gerne in 2019 aufmachen ihr braucht nur dotnet 6 es muss installiert sein lokal so und hier drinnen beschäftigen wir uns hier mit dieser api ich darf das kurz zum start-up projekt machen ihr seht diese api das ist in diesem fall eine web api für eine multi tier applikation die könnte in einem kubernetes cluster laufen die könnte in einer public cloud laufen die kann lokal laufen aber die gleiche demo könnte man auch mit winforms oder wpf machen das ist ganz egal es ist dotnet 6 was tut diese api die tut eigentlich überhaupt nichts besonderes ich starte das mal da fährt jetzt ein webserver hoch und bietet uns eine triviale autogenerierte api an die funktionalität spielt überhaupt keine rolle die tut nichts zur sache was wir hier analysieren wollen ist die startup performance und dazu muss ich euch jetzt ein wenig was erzählen was da drinnen abgeht diese web api vielleicht ist ja jemand dabei der web api ist noch nicht so gut kennt diese web api funktioniert so dass man beim start-up der applikation diese configure methode bereitstellen muss die wird ausgeführt und die bereitet alles vor die startet den webserver die hängt sogenannte routen in den webserver rein dass meine api erreichbar ist und in diesem fall habe ich noch etwas besonderes eingebaut ich darf eure aufmerksamkeit auf diesen stück code lenken ich habe hier auch entity framework core eingebaut einfach nur um etwas mehr last auf das system zu bringen das ist nur in memory das schreibt nicht wirklich in eine datenbank und das fügt nur eine einzige demo zeile ein wie ihr das hier seht aber am ende des tages es führt einfach ein wenig code aus und dieser code muss normalerweise gechittet werden das heißt wenn ich dieses programm normal starte jetzt dann passiert technisch folgendes der c sharp code wird in intermediate language übersetzt das programm wird gestartet die dotnet common language runtime übersetzt die intermediate language in maschinensprache und dann startet das programm und das wollen wir jetzt ändern jetzt wollen wir dieses programm mal mit ready to run publishen rechte maustaste publish und hier habe ich schon was vorbereitet with ready to run achtet bei den optionen jetzt insbesondere auf diese beiden optionen her und auf die tatsache dass ich hier windows x 64 angewandt habe das wichtige hier ist dieses enable ready to run und das wird unser crosschain tool anwerfen und wird dafür sorgen dass wir nicht nur intermediate language bekommen sondern wirklich etwas was nahe an programmiert nahe an der maschinensprache ist außerdem habe ich mir gedacht man sieht etwas besser die unterschiede indem wir eine einzelne datei erstellen das kann dort mittlerweile es kommen nicht hunderte an dll raus sondern er packt das ganze in eine einzige datei rein und jetzt schauen wir uns an was das bedeutet ich werde das jetzt einfach mal publishen startet 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 genau und dann da zeige ich euch kurz wo das jetzt liegt hier unter publish with r2r und dann seht ihr haben wir hier drinnen jetzt ein executable das in summe 5,8 megabyte großes das ist unser executable das ist alles was wir brauchen und dieses Ding ist ready to run das heißt dieses ding beinhaltet jetzt ahead of time kompilierten code merkt euch 5,8 mb zu vergleichszwecken habe ich bereits in vorbereitung zu diesem workshop hier da habe ich nicht single file gemacht da müssen wir den ganzen ordner ansehen aber das ist ja kein problem das machen wir so angesehen was kommt denn raus wenn wir nicht ready to run machen und seht ihr hier den unterschied vorher hatten wir fast 6 mb jetzt haben wir 2,3 mb das meinte ich mit nachteil größere dateien ready to run erzeugt größere dateien damit müsst ihr rechnen das ist so das ist ein nachteil aber jetzt interessiert mich natürlich der vorteil wie kann ich jetzt messen ob dieses ready to run eine auswirkung auf unsere start-up performance hat da habe ich was eingebaut ich habe in diese kleine applikation eine sogenannte event source für windows event tracing eingebaut eine event source namens startup perf und hier gibt es zwei events configure finished und configure starting und diese beiden events habe ich dann in meinen startup code hier ist der startup code eingebaut achtet darauf hier bei dieser methode configure habe ich am beginn dieses configure starting eingetragen und am ende wenn der start-up prozess fertig ist wenn wir bereit sind requests zu empfangen steht hier configure finished ihr könntet das gleiche problem gleiche prinzip auch bei einer winforms oder wpf anwendung anwenden ist kein problem da müsstet ihr diese diese event source nachrichten dann eben an anderen stellen in eure applikation einbauen und ich möchte jetzt messen ob die performance zwischen prozess start und fertig mit dem ganzen start-up time ob das schneller wird wenn ich ready to run verwende wie macht man das ich skizziere das jetzt nur kurz die messergebnisse habe ich schon vorbereitet ich verwende hierfür ein tool das nennt sich perfil vielleicht kennen es manche es hat nicht unbedingt die schönste ui der welt es ist von microsoft googelt einfach perfil da werdet ihr das finden und mit diesem perfil kann man dann hier unter collect collect das kann man laufen lassen auf seinem computer und dann sammelt der diese event daten ein da kann man verschiedenste optionen angeben wenn es wenn einen interessiert welche welche allokationen stattfinden wenn man cpu analyse machen will hinter jedem dieser punkte steckt ein kleines ein kleines hilfedokument wo ihr nachlesen könnt was dieses ding tun kann für uns ist jetzt nur wichtig dass dieses ding in der lage ist event events zu zusammeln so lasst mich hier mal noch in den richtigen ort gehen und ich habe das bereits für euch gemacht hier bei diesem with r2r damit ihr seht wie das aussieht wenn man das gesammelt hat man startet einfach das programm und dann fällt so eine datei heraus und da bei den events drinnen können wir uns jetzt diese events ansehen wir können sagen hey windows zeigen wir mal windows kernel welche prozesse process wann gestartet wurden seht ihr das das wäre die start events und wir können auf die prozesse filtern mein beispiel heißt startup perv api so heißt das executable startup perv api und dann kann ich zusätzlich noch sagen ich möchte gerne meine individuellen meine individuellen events auch mitlesen und dann kann ich sagen configure finished process start enter und dann seht ihr hier auf der linken seite ich habe das insgesamt drei mal durchgeführt hier seht ihr so ein ein paar an messwerten das seht ihr den messwert zum zeitpunkt des prozess startes 2,9 sekunden nach dem starten des traces ist das programm gestartet worden und nach drei knapp 3,8 sekunden also ungefähr 0,8 sekunden später war der configure teil fertig es ist alles ausgeführt worden start up ist fertig die api ist bereit requests zu empfangen 0,8 sekunden und das habe ich jetzt mit beiden varianten für euch gemacht und wir sehen uns jetzt die ergebnisse an die ergebnisse seht ihr da unten 1,2 sekunden start up time bei einem schnitt über drei versuche zu 8,57 sekunden das sind 28 prozent verbesserung ohne eine einzige zeile code ändern zu müssen das ist glaube ich schon einigermaßen beeindruckend aber vergesst nicht für diese 28 prozent performance verbesserung bezahlen wir mit einer doppelt zu großen dateigröße das ist aber in der regel leichter zu akzeptieren als die start up time ihr müsst ihr das big picture wieder im kopf haben microsoft will sie sharp und dotnet bereit machen für eine welt von cloud computing cloud computing in der public cloud cloud computing in der private cloud in eurem kubernetes cluster und in einer cloud starten wir server wir beenden sie wieder wir haben serverless programme wir haben sehr elastische infrastrukturen das heißt eine ein programm startet viel öfter kalt und wird viel öfter wieder beendet wenn wir es nicht mehr brauchen die ganze umgebung ist viel dynamischer das ist es was plattformen wie go und rust auszeichnen dass sie sich in solchen dynamischen elastisch skalierenden umgebungen so wohl fühlen und mit diesen anstrengungen und da rinnt wirklich viel zeit und geld von microsoft rein will microsoft dotnet fit für die cloud machen und das gelingt ihnen sehr sehr gut mit diesen performance werten hat microsoft einen großen sprung gemacht dass dotnet auch in diesen neuen umgebungen wirklich scheint und seien wir uns ehrlich auch wenn wir eine gute alte wpf anwendung haben die wir in der früh einmal am tag starten sind wir auch ganz happy wenn die etwas flotter startet als sie vielleicht bisher gestartet ist also ready to run cross chain 2 super sache für performance verbesserung ich nehme wieder mal einen schluck wasser schaue in den chat hinein vielleicht hat ja jemand von euch schon fragen dazu ok ich sehe im moment noch keine fragen wunderbar wir können weitermachen zögert nicht mich zu unterbrechen wenn ich irgendwo zu schnell bin oder ihr etwas nicht in eurem projekt kontext übersetzen könnt dann bitte unterbrecht mich dann schauen wir uns das gemeinsam durch das nächste thema sync over async improvements wieder reden wir über das thema performance allerdings jetzt vor einem anderen hintergrund ich bin nicht ganz sicher ob alle wissen was sync over async bedeutet daher habe ich hier ein kleines beispiel in meine folien eingebaut es ist ein beispiel das ganz ganz typisch ist für bestehenden code achtet bitte folgendes ihr müsst nicht den ganzen code verstehen es geht nur um das big picture achtet darauf dass wir hier in der implementierung dieser methode mit async await und tasks arbeiten nach außen hin stellen wir aber keine asynchrone api bereit sondern nach außen hin arbeiten wir synchron also ihr seht hier einen blocking call bei dem wir die welt vom async await verlassen die neue schöne welt der asynchronen programmierung und zurückkehren in die klassische welt der synchronen programmierung warum sollte das jemand tun es könnte sein dass das hier eine class libraries bis hierher eine class libraries die modernisiert wurde da hat man investiert da hat man in die grundlagen investiert da hat man im unterbau alles auf diese schöne neue async await welt umgestellt und dann oben drüber zum beispiel im user interface winforms wpf altes asp.net da konnte man nicht alles auf async await umbauen es wäre einfach zu viel code dort musste man die apis gleich lassen kompatibel lassen auch wenn im hintergrund sich einiges verändert hat und diese art zu programmieren nennt sich sync over async weil wir eine synchrone api surface über asynchrone programmierung drüber stülpen und das war bis vor dotnet 6 verpönt das sollte man nicht tun weil man in sehr sehr viele probleme rein lief die performance ist drastisch schlechter geworden manchmal ging das so weit dass das system gedeadlockt hat und es sich gar nichts mehr bewegt hat ganz unangenehm und genau in diesem bereich hat microsoft jetzt sehr viel getan was ist denn die ursache der probleme dieses sync over async die ursache ist dass im hintergrund die asynchrone programmierung intensiv den sogenannten thread pool nutzt der thread pool ist eine sammlung von threads die gestartet werden wenn eure applikation hochfährt und wenn jetzt mehr last da ist mehr tasks da sind als es threads im thread pool gibt und diese thread pool ausgelastet sind dann muss dotnet neue threads in den thread pool hinein legen und bisher war dotnet bei diesem thema sehr konservativ das war deshalb so konservativ weil ein größerer thread pool mehr speicherverbrauch bedeutet jetzt ist es aber so dass heutzutage größerer speicherbedarf eher toleriert wird wie schlechte performance und aus diesem grund hat man sich entschieden dass das programmiermodell die die art und weise wie der thread pool verwaltet verwaltet wird hier verändert wird wenn das system erkennt dass das system blockiert wird durch sync over async calls dann werden schnell flott mehr tasks entschuldigung mehr threads in den thread pool gelegt und dadurch wird die performance wieder besser mit den kosten dass die anwendung ein wenig mehr speicher braucht dadurch ist es immer noch empfehlenswert code zu modernisieren versteht mich nicht falsch das gilt weiterhin aber wenn ihr es nicht könnt weil ihr bestehende legacy applikationen habt dann ist das problem jetzt weniger schlimm das ist die idee dahinter und ich denke das sollten wir uns mal ansehen oder schauen wir uns das wieder an einem beispiel an ich habe ein kleines beispiel für euch vorbereitet zurück in visual studio code und hier drinnen in unserem visual studio code habe ich dieses sync over async dieses ding dieses erste projekt das ich euch zeige ist unter anführungszeichen alt ich weiß schon es ist etwas zynisch wenn ich bei dotnet core 3.1 von alt spreche das gebe ich schon zu ja dotnet core 3.1 ist wahrscheinlich für viele von euch in der täglichen praxis vielleicht doch gar nicht so alt sondern eher auch zukunftsmusik aber aus sicht von dotnet 6 ist dotnet core 3.1 schon sowas von 2020 also alt in dieser alten welt von dotnet core 3.1 schauen wir uns erstmal an wie asynchrone programmierung funktioniert und wie synch over async funktioniert das hier wäre eine schöne implementation wie sie sein soll innen verwenden wir async await und tasks nach außen verwenden wir async await und tasks so sollte es sein wenn ich das jetzt mal starte dann werdet ihr sehen da starte ich 50 aufgaben diese 50 aufgaben tun nichts anderes als circa zufällig gesteuert zwei sekunden warten das ist jetzt ein platzhalter für etwas was zwei sekunden dauert das kann eine zwei sekunden lange datenbank abfrage sein eine zwei sekunden lange war das zwei sekunden lange warten auf eine web api 50 dieser asynchronen operationen werden gleichzeitig gestartet und ihr seht in der neuen welt brauchen die alle ungefähr zwei sekunden so soll es sein die laufen alle parallel ihr seht die threads werden hier massiv wiederverwendet also ich habe auf meinem rechner glaube ich ich weiß jetzt gar nicht wie viele prozessoren nicht drinnen habe aber der threadpool ist relativ groß und der braucht einen threadpool nicht zu vergrößern und in summe brauchen wir für alle 50 aufgaben weil sie parallel laufen weil sie verschränkt laufen nur zwei sekunden das ist die performance die wir uns wünschen das ist das neue programmiermodell von asynchroner paralleller programmierung so jetzt bin ich hergegangen und habe in diesem beispiel programm exakt den gleichen code mit synch over async gemacht ich darf euch das kurz zeigen das ist die synch over async variante task mit async hier synchrone api ansonsten alles exakt gleich und jetzt schauen wir uns die konsequenz an bitte sehr schaut mal wie langsam schon das starten ist wie lange unsere prozesse dauern obwohl jeder einzelne prozess definitiv nicht länger als zwei sekunden braucht braucht dort nett zum verarbeiten dieser tasks teilweise fünf sechs sekunden sieben sekunden da unten und ihr seht da unten in summe haben jetzt nicht mehr zwei sekunden gebraucht wo alle 50 aufgaben parallel abgearbeitet werden sondern das zeug läuft jetzt ganz langsam erst ganz zögerlich und ihr seht hier anhand der höheren thread nummern seht ihr das hier dass er schon threads in den thread pool dazulegt aber ganz ganz zögerlich und langsam legt er die hinzu und das ist das problem von synch over async was in extrem situationen sogar zu deadlocks führen kann und jetzt schauen wir uns exakt den gleichen code ohne jegliche änderung in dotnet 6 an das ist die dotnet 6 variante die neue welt brauchen wir uns gar nicht ansehen die ist genauso gut die war früher schon gut ist jetzt gut aber was ist mit der alten welt mit synch over async lehnt euch zurück lasst euch verzaubern bang 50 aufgaben alle brauchen ungefähr zwei sekunden und wir sind nur minimal langsamer wie in der neuen welt synch over async nahezu so schnell wie pures async hier seht ihr aber auch wenn ich etwas rein zoome dass wir dafür etwas zu bezahlen haben der thread pool wird vergrößert und zwar massiv vergrößert dotnet hat an dieser stelle einfach erkannt dass der thread pool ausgelastet ist mit lauter synch over async aufgaben und hat deshalb boom den thread pool erweitert und das sehr sehr schnell und dadurch konnte er wieder alle diese 50 aufgaben parallel erledigen kein silver bullet das löst nicht alle unsere probleme aber dort wo man dieses synch over async problem hatte und speziell bei etablierten unternehmen wie dem euren findet man das öfter bei legacy code speziell dort ist das äußerst wichtig keine code änderung trotzdem profitieren wieder ein großer schritt in richtung performance genau synch over async ich nehme wieder einen schluck wasser und schaue auf den chat falls es irgendwelche fragen gibt keine fragen alles gut schön next one ich beginne mit einem thema das heißt jason serialization aber das wichtige eigentlich das große thema oben drüber ist das thema code generation das seht ihr code generator jason serialisierung wurde verbessert indem man code generator verwendet hat und code generator die kamen parallel zu dotnet 5 aber die werden jetzt so richtig wichtig wenn man sich dotnet 6 ansieht schauen wir uns erstmal an was so ein code generator eigentlich tut und was das ist ein code generator ist eine art von analyzer ihr wisst vielleicht was ein roslin analyzer ist das habt ihr vielleicht schon mal gehört das gibt es schon lange das ist eine form von analyzer der allerdings nicht nur den code analysiert und etwas am bildschirm ausgibt in visual studio zum beispiel sondern ein code generator analysiert den code und kann den code im rahmen der kompilierung verändern ihr könnt den code verändern ihr könnt zusätzlichen code generieren das ist es was ihr tun könnt und dieser generator ist eingebettet im compiler roslin nicht im tool das ist kein tool wie t4 zum beispiel das manche von euch möglicherweise kennen das in visual studio läuft nein der code generator ist etwas was in roslin eingebaut ist der code generator funktioniert also in visual studio der funktioniert in visual studio code der funktioniert auf der kommando zeile der funktioniert auf einem bildserver der geht unter linux unter mac os unter unix er ist eingebettet entschuldigung unter windows er ist eingebettet in den roslin compiler ja das ist das wesentliche im wesentlichen kann der source code generator zusätzliche dateien generieren die dann mit eurer applikation im gleichen compile vorgang mit kompiliert werden da gibt es jetzt eine ganze menge an beispielen was man damit alles anstellen kann die überschrift darüber heißt schluss mit reflection das ist eigentlich das überthema viele dieser problem stellungen werden heute mit reflection gelöst wir analysieren den code über reflection und schreiben dann einen interpreter wo sich das verhalten des programms ändert je nachdem was wir bei reflection herausgefunden haben wir schreiben code der mit reflection das programm ansieht und dann zur laufzeit mit reflection.emit intermediate language dynamisch generiert und dann ausführt das ist alles furchtbar langsam und furchtbar kompliziert und das unangenehme ist auch wir müssen es jedes mal tun jedes mal wenn wir das programm starten cold start time könnt ihr euch erinnern vorher jedes mal wenn wir das programm starten müssen wir diese runtime reflection durchführen und das ist furchtbar langsam alternativen gibt es schon es gibt drittanbieter tools mit denen kann man il verändern il umschreiben der fachbegriff heißt il weaving es gibt ms build tasks mit denen man gewisse dinge tun kann aber gut ist das alles nicht die code generatoren sind es die jetzt dieses problem wirklich lösen die code generatoren wie ich schon sagte die analysieren den code und generieren code zur kompilierungszeit und hier habe ich jetzt ein paar beispiele für euch json wenn ihr heute json deserialisiert beispielsweise dann schreibt ihr dafür ja eine dot net klasse und dann geht json her json system text json geht her analysiert den code und baut zur laufzeit mit reflection.emit dynamischen code der dann das json in eure objekte umwandelt da passiert quasi zur laufzeit ein compile schritt der auf reflection passiert und das hat man komplett weggetan und ersetzt durch compile zeit code generierung damit wird die zeug des zeugs wieder schneller speziell bei cold starts im logging bereich setzt microsoft jetzt code generatoren ein razer vielleicht sind ja einige entwickler innen von web anwendungen hier im raum razer ist die template sprache dort der komplette razer generator ist jetzt ein code generator die community wurde aktiv ein freund der thomas claudius huber der in vielen vielleicht ein begriff ist von aus der welt von wpf ich glaube eines der standard werke für wpf geschrieben der hat ein framework gebaut mvvm gen das ist ein mvvm framework für wpf das nicht mehr auf reflection basiert wo ihr die ganzen dinge wie notify property changed und so zeugs nicht mit der hand schreiben müsst sondern wo das alles für euch generiert wird auf basis eines code generators die folge daraus ist weniger reflection code zur laufzeit das heißt schnellere startup performance und der sogenannte ahead of time linker das sogenannte trimming auf das wir auch noch zu reden kommen funktioniert auch besser also alles in allem super sache und jetzt wollt ihr das wahrscheinlich mal in echt sehen ich habe dazu natürlich beispiele vorbereitet so hier als erstes schauen wir uns das jason thema an was ich hier vorbereitet habe ist eine kleine c sharp klasse person und da unten habe ich jetzt eine ganze menge jason code seht ihr das viel viel jason code habe ich da generiert das ist automatisch generierter code und jetzt möchte ich gerne die performance messen zwischen generiertem code generator und reflection basiertem code wenn man diese person hier sehr 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 oft deserialisiert das habe ich hier in diesem kleinen code beispiel hier gemacht hier seht ihr die beiden varianten von jason serialisierung ich darf das mal etwas größer machen an der stelle genau verschiebt mein fenster ein wenig und dann darf ich wieder ein wenig malen hier oben seht ihr den üblichen weg wie serialisiert wird also deserialisiert in diesem fall serialisieren funktioniert genauso dass beim ersten aufruf des jason serializer deserializes wird über reflection die person klasse untersucht und es wird dynamisch zur laufzeit code generiert der den jason für person deserialisieren kann es wird nicht interpretiert hier wird dynamisch während der laufzeit code generiert der untere teil ist der neue teil der untere teil ist dotnet 6 hier seht ihr oben einen sogenannten deserialisierungs kontext und dieser deserialisierungs kontext hat hier ein besonderes attribut drinnen und dieses attribut triggers generator dieses attribut wird vom jason generator erkannt und es löst die code generierung zur compile zeit aus aus diesem attribut da oben folgt das eigener code generiert wird für die für das deserialisieren der klasse person und das passiert nicht zur laufzeit sondern zur compile zeit und wenn man dann ich darf das hier mit einer anderen farbe mal einzeichnen diesen serialisierungs kontext beim deserialisieren angibt dann verwendet er den auto generierten code im generator ich habe dieses ganze beispiel reingepackt in einen benchmark dotnet performance test benchmark dotnet ist kein thema bei diesem workshop das gibt es schon lange das ist nicht thema von dotnet 6 was gibt es neues aber wenn euch benchmark dotnet noch nicht sagt macht euch bitte eine kleine sidenote das solltet ihr euch auf jeden fall mal ansehen benchmark dotnet sollte meiner ansicht nach jede dotnet entwicklerin und jeder dotnet entwickler kennen denn das ist so 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 nützlich wenn man sich nicht sicher ist wie man einen algorithmus schreiben soll und man möchte analysieren was ist schneller benchmark dotnet ist der killer wirklich wirklich gut und hier bin ich hergegangen und habe zwei benchmarks gemacht ich habe einmal den benchmark für alt und einmal den benchmark für neu gemacht und hier oben habe ich angegeben dass der benchmark bei jedem der hundert durchläufe cold starten soll weil die cold start performance ist es ja die beeinflusst wird wenn ich das jetzt starte ich werde das im hintergrund durchlaufen lassen dann geht er jetzt her und lässt das ganze durch kompilieren und jetzt simuliert er da alle möglichen dinge und ich habe diese messung natürlich schon vorab durchgeführt dass wir jetzt nicht warten müssen hier seht ihr das ergebnis und schaut mal her der generierte code ist bei cold start strategy um zehn prozent schneller geworden ohne dass wir relevante änderungen unseren code vornehmen haben müssen also cold start zehn prozent obendrauf auf dem was uns vielleicht ready to run auch noch zusätzlich gibt wiederum tolles ergebnis achtung die jason serialisierung mit dem code generator hilft euch nichts wenn ihr nicht cold start habt also wenn ihr einmal das programm startet und immer wieder den gleichen deserializer aufruft dann werdet ihr keinen unterschied mehr merken seht ihr das hier die ergebnisse sind praktisch bis auf rundungs differenzen ident da merkt man keinen unterschied mehr es geht hier wieder um eine verbesserung der cold start performance nicht um eine verbesserung der steady state performance da war dort nicht immer schon gut und da ist es auch heute noch gut also generator super super sache ein schluck wasser ein blick auf den chat und dann schauen wir mal ob fragen kommen ich habe keine fragen ich hoffe das bedeutet dass ich es gut erkläre und nicht dass ihr schon schlaft aber ich bin echt ich bin echt begeistert von diesen verbesserungen wenig code ändern zu müssen und bessere performance zu bekommen das ist etwas was ich immer gerne habe manche von euch werden sich aber jetzt fragen naja wie schaut denn so ein generator aus könnte ich einen eigenen generator schreiben und dafür habe ich mir jetzt ein weiteres beispiel ausgedacht in dem wir erstens kurz reinschauen wie ein source code generator funktioniert und zweitens werde ich das gleich zum anlass nehmen um eine weitere funktion die man konzeptionell in engen bezug zu code generatoren sehen muss um diese zweite funktion nämlich das sogenannte assembly trimming auch zu zeigen bitte seid mir nicht böse dass ich hier jetzt keinen deep dive in source generators mache ich habe nur zweieinhalb stunden für eine ganz breite basis an themen ich werde euch nur reinschnuppern lassen wenn man so will ich möchte euch ein klein wenig neugierig machen und dann findet ihr natürlich den entsprechenden code hier also da habe ich alles nochmal rein kopiert und hier seht ihr dann den link zu dem source code auf github da klickt ihr einfach drauf und dann könnt ihr das was ich euch jetzt live zeigen werde zu hause in aller ruhe nochmal nachspielen außerdem wie gesagt ich nehme ja diesen vortrag auf das heißt ihr könnt euch das alles in ruhe auch nochmal auf youtube ansehen wenn ihr wollt so zurück zum code hier darf ich vorstellen source generator das ist der source generator der dummy code generator dieser dummy code generator oh ich war jetzt etwas zu schnell muss ich erstmal darauf trecken dieser code generator ist geschrieben mit dotnet standard code generator schreibt ihr im moment mit dotnet standard dotnet 6 ist für code generator nicht unterstützt stand heute weil diese code generatoren auch in visual studio funktionieren müssen und auch mit älteren versionen von dotnet klappen müssen daher dotnet standard als kleinste gemeinsame nenner schauen wir uns kurz an wie so ein code generator grundsätzlich aufgebaut ist der code generator besteht aus zwei ganz wichtigen teilen der erste teil ich male wieder ein wenig der erste teil ist hier oben die klasse die den code generator repräsentiert sie leitet vom interface i source generator ab und hat das attribut generator dann gibt es da unten zwei methoden initialize und execute bei initialize stellt sich die frage gibt es etwas zu tun fragezeichen die initialize methode lässt euch zugreifen auf den bestehenden code über den rostlin syntax tree so wie ein analyzer auch und ihr könnt den code analysieren und herausfinden wünscht sich der anwender generierten code ja oder nein die zweite methode die execute methode die kümmert sich um das generieren die ist dann dazu da dass der code tatsächlich generiert wird sie baut auf dem ergebnis von initialize auf schauen wir uns jetzt kurz an der syntax receiver ist die klasse die man braucht für die initialize methode diese syntax receiver klasse implementiert ein interface das heißt i syntax context receiver die wird auch von dem generator framework zur verfügung gestellt und diese dieses interface arbeitet arbeitet nach dem sogenannten visitor pattern das heißt man hat den baum an syntax varianten von c sharp das heißt man hat das programm den namespace die klasse die methode den einzelnen parameter die modifier all das sind sogenannte syntax knoten und für jeden syntax knoten wird diese visit funktion aufgerufen und was wir dann tun können ist wir können auf jeden dieser knoten schauen und feststellen ist das relevant für uns wir können auf basis der klassennamen der methodennamen auf basis von attributen auf basis von was immer wir wollen entscheiden das ist ein hinweis wir müssen was generieren wir haben die vollkommene freiheit hier auszuwählen ich zeige euch ein beispiel ich habe hier einen dummy generator erstellt lasst mich das etwas kleiner machen sonst wird es am anfang unübersichtlich das ist so quasi ein lorem ipsum für c sharp c sharp ipsum könnte man sagen das erzeugt einfach nutzlosen code ich möchte gerne nur zeigen dass wir hier code generieren können so viel wir wollen und wir werden dann später auch die performance betrachtung wieder hinzuziehen ja in meinem fall habe ich beschlossen mein code generator generiert code für public void methoden partial public void methoden wenn ihr nicht wisst was partial classes oder partial methods sind dann bitte nachlesen das ist nicht neu das gibt es schon lange in sich shop und ich habe beschlossen ich möchte gerne ein attribut bereitstellen wenn dieses attribut drüber steht und das Ding void zurückgeht und das Ding partiell ist dann ja genau dann generiere ich code und schaut mal her im dummy generator tue ich jetzt genau das ich analysiere ist ist das Ding partial ist das Ding public gibt das Ding void zurück und hier auf der rechten seite steht das generate attribut drüber und wenn das alles der fall ist dann merke ich mir die entsprechende methode damit ich weiß ich muss was generieren ich muss generierten code zeigen das passiert alles in der initialize methode hier seht ihr in dieser initialize methode wird genau der syntax receiver von oben registriert das macht dann der compiler für uns die execute methode werde ich jetzt nur ganz kurz anschneiden denn die wichtigsten Dinge sind schnell erklärt es gibt einen string builder das ist ein ganz normaler string builder wie ihr ihn schon immer gekannt habt und da könnt ihr dann ganz normal durch string operationen euren c sharp code erzeugen ihr baut einen string zusammen natürlich könnt ihr die die informationen aus dem attribut zum beispiel mit einfließen lassen ihr könnt den namen der klassen der namespace alles was in eurem c sharp code drinnen vorkommt könnt ihr für die generierung von neuem code verwenden die eigentliche logik die da drinnen gemacht wird ist nicht wichtig für dieses beispiel ihr solltet als als großes bild mitnehmen ha string builder und am ende ruft man genau eine funktion auf die heißt add source da gibt man dem ding einen neuen namen c sharp file und übergibt ihm den string bilder und das war's fertig wir haben code generiert und jetzt zeige ich euch was das zur folge hat wenn wir hier in unsere klasse schauen in die dummy class dann könnte ich hier mal auf find all references gehen und dann finden wir hier schaut mal her eine datei ich mache das größer und dann darf ich wieder malen achte drauf hinweis visual studio hey reiner diese datei wurde auto generiert du darfst sie daher nicht ändern und seht ihr wir haben hier genau diese dummy class das habe ich von da drüben übernommen mit meinem string bilder ich habe genau diese do something methode das habe ich übernommen mit meinem string bilder seht ihr das und hier seht ihr den autogenerierten bla 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 code der tut nichts der erzeugt zufalls zahlen und würde raten komplett sinnlos aber schaut mal was visual studio kann ich ändere hier die länge auf drei magisch seht ihr der generierte code hat sich geändert 100 magisch der generierte code hat sich geändert das heißt wir haben noch dazu den vorteil dass das nicht nur in den compiler eingebaut ist sondern weil visual studio auf roslin drauf sitzt versteht visual studio diese code generatoren kann diese code generatoren schon während der entwicklungszeit laufen lassen und ihr bekommt zum beispiel intellisense für den generierten code ganz ganz tolle sache also tief integriert in visual studio und in roslin ja das meine damen und herren ist ein code generator ein code generator den wir selbst geschrieben haben atmen wir kurz mal durch jetzt schauen wir uns den zweiten teil des beispiels an ich habe nämlich hier diesen dummy code generator nicht einfach so geschrieben sondern ich habe diesen dummy code generator für einen der hat einen sinn in diesem fall ich möchte nämlich jetzt einmal so richtig viel code erzeugen wir erzeugen jetzt mal 25.000 das sind in summe glaube ich jetzt 75.000 zeilen sie sharp code die jetzt generiert werden ja das wird im hintergrund generiert und der compiler wird es mit kompilieren und mit generieren wenn ich das ganze jetzt mal durch kompiliere dann werden wir sehen dass der ein wenig arbeitet also ihr hört das jetzt nicht aber bei mir die lüfter in meinem computer die fahren jetzt ordentlich hoch denn jetzt hat er eine riesengroße datei zu kompilieren die tut zwar nicht viel aber trotzdem muss er sie kompilieren außerdem habe ich nebenbei noch nützliche klasse erzeugt eine useful class diese useful class naja so useful ist sie wieder auch nicht sie beinhaltet eine methode die gibt einfach 42 zurück und dann beinhaltet sie eine methode die macht etwas was auf den ersten blick nicht sehr sinnvoll erscheint was man in der praxis aber oft braucht nämlich dynamisch zur laufzeit system.text.json laden und dann ein objekt mit dem inhalt hello world in json serialisieren achtung ich habe hier keine harte referenz auf system.text.json drinnen sondern ich lade das über reflection zur laufzeit haltet das im nächste demo wichtig auf dieser library aufbauend gibt es jetzt ein kleines kommando zeilen programm das wäre jetzt schlussendlich eure applikation das ist jetzt eure wpf applikation eure winforms applikation euer asp.net api eure asp.net razer pages applikation eure blazer applikation was auch immer und in dieser applikation rufe ich jetzt einerseits get answer auf das sollte 42 zurück kommen serialize das sollte hello world zurückkommen und diese dummy class do something die verbraucht nur zeit die gibt nicht sinnvolles aus aber die braucht einfach einen kurzen moment lasst uns diesen client kurz ausprobieren set the startup project hier sehen wir starten wir das ganze und bang genau das was wir erwartet haben 42 hello world und wenn ihr ganz genau beobachtet habt dann hat er ganz kurz gezögert zwischen dem hello world und dem beenden des programms das war diese do something methode was kann C sharp 6 da jetzt nun ja C sharp 6 verbessert etwas was sich assembly trimming nennt und das möchte ich euch kurz demonstrieren publishen wir dieses programm mal hier und publishen wir dieses programm in der klassischen art und weise hier seht ihr nichts besonderes aber achtet darauf dass ich an dieser stelle dieses häkchen nicht nicht gesetzt habe trim unused code ist nicht drinnen wenn ich jetzt also dieses kleine programmchen hier so veröffentliche und im zweiten in der zweiten variante diesen einen aufruf hier weggebe das ist nur ein aufruf dann ist der größen unterschied des entstehenden programms marginal weil der gesamte inhalt von do something mit generiert wird das ist dieses riesen ding mit 75.000 zellen C sharp code obwohl ich es nie aufrufe wenn ich allerdings das ganze mit linker erzeuge können wir uns einen interessanten aspekt ansehen ich habe gerade gemerkt dass jemand das mikro eingeschaltet hat falls seine frage bitte lasst mich diese demo kurz fertig machen und dann nehme ich fragen okay so ich publische das ganze nochmal mit linker wir publishen und dann schauen wir uns hier in dotnet 6 unser client out mit linker merkt euch 10,9 mb ungefähr 10,9 mb und schaut mal her jetzt gehe ich her und kommentiere diese eine zeile aus ja diese eine zeile das müssten jetzt nur wenige bytes unterschied sein das ist nur ein funktions aufruf tatsächlich ist es aber viel mehr ich darf das mal publishen starte es erneut ich lasse das gleich hier achtet drauf 10,9 mb hatten wir vorher und jetzt haben wir 10,7 mb das waren mehrere kilobyte die wir hier entfernt haben und das ist der tremor das ist der assembly linker der her geht und analysiert wer braucht was und das was niemand braucht schmeißt er raus und dadurch wird das ergebnisprogramm kleiner schlanker es ist weniger code drinnen weniger attack surface die docker images werden kleiner alles wird schöner die welt wird besser ja das ist die idee dieses linkers und jetzt müsst ihr das big picture sehen versucht mir zu folgen das ist finde ich doch der wichtigste punkt bei solchen workshops nimmt man immer den wald mit und nicht wie der einzelne baum funktioniert je mehr wir code generator verwenden und je weniger wir reflection zur laufzeit verwenden desto besser kann dieser tremor arbeiten denn ich habe diesen scheinbaren schwachsinn hier mit dem dynamischen laden von dem system text jason nicht zum spaß rein kopiert ja ich habe den nicht zum spaß da rein gegeben die konsequenz ist nämlich wenn ich dieses ding publische mit dem linker schaut mal her dann gehe ich hier in das cmd rein und sagt der hier exe boom dann bekomme ich eine exception denn hier dieses system text jason wurde jetzt vom trimmer entfernt weil niemand statisch zur compile zeit eine abhängigkeit auf system text jason drinnen hat und das system kann nicht erraten dass ich hier über reflection system text jason lade ich kann ihm helfen system text jason drinnen zu lassen ich kann ihm hier im project file wenn ich will einen tipp geben seht ihr das hier ich kann diesen tipp einbauen dass er system text jason drinnen lassen soll dann mache ich noch mal ein publish und dann gehe ich noch mal hier rein und sobald das publish fertig ist starte ich doch nochmal seht ihr jetzt habe ich keinen fehler mehr aber der trimmer kann jetzt nicht mehr seine volle power ausschöpfen je weniger reflection wir verwenden je mehr statisch zur compile zeit vom compiler analysiert werden kann desto besser funktioniert die code optimierung desto besser funktioniert der trimmer desto schneller wird unsere start-up performance desto kleiner werden unsere docker images und programme und so passen diese dinge zusammen source generatoren cross gen 2 ready to run und assembly trimming das ist alles ein großer themenbereich der dotnet bereit für die welt von cloud computing serverless infrastructures und ähnliches machen soll so und jetzt habe ich meine demo für generators und trimming durch jetzt nehme ich wieder einen schluck wasser und warte ob ihr vielleicht die eine oder andere frage zu diesem thema habt alles gut schön ich hoffe ich konnte es gut erklären und das bedeutet nicht dass ihr verloren seid sondern dass es gut erklärt wurde ich interpretiere es jetzt mal so ja so da habe ich eh noch den ganz das ganze zeugs drinnen ihr habt die die ganzen codebeispiele auf github habt spaß damit selbst ein wenig damit zu experimentieren wir gehen zum nächsten punkt das thema ist immer noch jason jason hat sich wirklich viel getan das liegt in der natur der sache wenn man sich ansieht wie heute moderne applikationen funktionieren dann sind das sehr häufig applikationen wo irgendeine sehr häufig web basierte frontend technologie oder mobile basierte frontend technologie auf web die auf einem server in einer private cloud oder in einer public cloud arbeiten und das protokoll das hier heute den markt beherrscht ist jason jason über http in verschiedensten varianten nennt es graphql nennt es rest api nennt es odata nennt es jason api alles basiert auf diesem jason ding und deshalb ist die geschwindigkeit mit der jason verarbeitet werden kann von entscheidender bedeutung für ein framework und daher hat microsoft noch etwas hier rein investiert jason serialization enhancements fragt ihr euch wieso denn schon wieder eine jason api ganz kurze history lesson kennt ihr newton soft jason falls ihr web entwickler in seid dann werdet ihr newton soft jason seit vielen vielen jahren kennen aber ihr wisst mit ziemlicher sicherheit dass newton soft jason vor schon etwas längerer zeit abgelöst wurde durch eine neue implementierung namens system text jason und das kommt direkt aus dem microsoft team newton soft jason ist immer noch gut wird aber nicht mehr weiterentwickelt und der autor von newton soft jason james newton king ist jetzt bei microsoft und für viele spannende projekte zuständig system text jason ist schneller als newton soft jason und warum ist jetzt wieder eine jason api dazugekommen weil system text jason von der funktionalität her noch nicht vollwertig gleichwertig war wie newton soft jason und das wurde jetzt eine ganz zwei ganz wichtige themen hinzugefügt das eine ist support für asynchronous streaming und das andere ist support für eine writable dom api beides möchte ich euch gerne zeigen das machen wir am besten gleich an einem beispiel jason api dieses beispiel steht euch selbstverständlich wieder in github zur verfügung ich darf wieder einmal ich möchte eure aufmerksamkeit auf dieses stückchen code hier lenken und ich möchte euch darauf hinweisen dass wir hier drinnen eine beispiel funktion haben die als return type async innumerable hat für diejenigen die async innumerable nicht kennen async innumerable ist wie i innumerable mit dem großen unterschied dass man hier yield das uralte schlüsselwort yield das es seit.net 1.1 gibt in verbindung mit async await verwenden kann das ist deshalb so wesentlich weil wir damit die welt von asynchroner programmierung mit der welt von i innumerable verbinden können wir können ergebnisse streamen stellt euch vor ihr habt einen algorithmus der holt sich peu a peu daten aus einer datenbank da ein bisschen was da ein bisschen was da ein bisschen was und dieser algorithmus möchte von clients möchte clients in die möglichkeit versetzen dass sie schon beginnen die ersten ergebnisse zu verarbeiten bevor die letzten ergebnisse überhaupt aus der datenbank gekommen sind und genau das kann jetzt der json serializer in dem an dieser stelle seht ihr das get numbers das ist dieses get numbers von unten das ist das was i async innumerable zurück gibt dieser serializer unterstützt jetzt i async innumerable er kann also die ergebnisse die gestreamt werden bereits beginnen zu verarbeiten während im hintergrund das streaming noch läuft statt lesen serialisieren serialisieren haben wir lesen und serialisieren ineinander verschachtelt und habt ihr gesehen was mit der gesamt performance passiert ist die laufzeit ist verkürzt worden weil wir diese dinge jetzt eben gleichzeitig machen ineinander verzahnt machen das thema ist wieder performance also merkt euch json serializer unterstützt jetzt async innumerable übrigens in beide richtungen beim serialisieren und beim deserialisieren das hier ist das serialisieren und wenn euch das deserialisieren interessiert dann habe ich hier auch ein beispiel werde ich jetzt nicht im detail machen die zweite große api die hier im bereich von json gekommen ist ist die writable dom api lasst mich kurz erzählen worum es hier geht normalerweise wenn man mit json arbeitet hat man ja zum json passende c sharp klassen ich möchte eine person serialisieren also baue ich mir eine person klasse ich möchte eine buchung in einer buchhaltung serialisieren also baue ich mir eine booking klasse oder account klasse für ein konto aber es gibt gerade bei nicht trivialen business anwendungen oft fälle wo man zur compile zeit noch gar nicht weiß wie das exakte datenmodell aussehen wird man kann keine sogenannten plain old clr objects pokos erzeugen weil man nicht weiß wie sie aussehen wird und genau dafür gibt es diese writable dom api was ich jetzt tun kann mit dieser neuen klasse json node kann ich beliebige json-elemente deserialisieren ohne dass ich dafür sogenannte pokos brauche es gibt dass es starlight ist eine heldin aus einer fernsehserie die ich sehr gerne habe the boys in diesem fall brauche ich keine klasse hero um starlight zu deserialisieren sondern was ich bekomme also ich bekomme json node und dann kann ich textuell dynamisch auf die inhalte zugreifen das funktioniert auch mit größeren teilen seht ihr hier the boys so heißt die fernsehserie vielleicht kennen sie manche von euch starlight und homelander sind zwei helden eine heldin und ein held aus dieser fernsehserie und jetzt kann ich ich zum beispiel dieses ding wieder mit parse parsen und kann mir dann das json array das array hier seht ihr dieses array kann ich mir herausholen und dann kann ich wiederum dynamisch über zahlenmäßige indizes index 1 würde mir den homelander liefern name würde mir den string homelander zurückliefern oder sogar über link ihr seht das hier kann ich das json über link verarbeiten damit aber nicht genug ich kann diesen json node nicht nur lesen sondern ich kann ihn auch verändern ich kann also ein großes json nehmen und sehr effizient einzelne teile verändern vielleicht muss ich nur denkt an eine no sql datenbank wie cosmos db oder mongodb ich bekomme was von dieser datenbank raus und ich möchte kleinere erinnerungen vornehmen ohne dass ich alles serialisiere und alles deserialisiere in irgendwelche pokus sondern in diesem writable dawn möchte ich das sehr flexibel sein und das lässt sich ebenfalls machen ich könnte hier ohne weitere seine zeile herauslöschen wenn ich als ausgangspunkt nicht text habe sondern wenn ich das umgekehrte problem habe ich habe objekt daten und ich möchte gerne so einen json dom erzeugen aus objekt daten ohne poko dann ist das ebenfalls möglich ihr seht diese json objects und json nodes und json arrays kann man auch verwenden um in c sharp diesen dom zusammen zu bauen und wenn ich fertig bin kann ich das ganze ding höchst effizient in einen json string umwandeln denn ich dann vielleicht über die leitung schicke in eine datenbank speichere oder am bildschirm ausgebe das ist diese neue diese neue welt der writable dawn api also ein komplett neues feld newton soft json konnte ähnliche dinge schon länger aber nachdem newton soft json für uns nicht mehr die ideale wahl ist sind diese erweiterungen von wichtiger bedeutung ich nehme wieder einen schluck wasser und schaue in den chat ob es fragen gibt momentan nicht alles gut alles gut link enhancements jawohl es gibt neuigkeiten für link das wird ein kurzes kapitel knackiges kapitel ein hübsches kapitel hat nichts mit der sprache zu tun ist alles noch framework das könntet ihr mit einer anderen programmiersprache wie f sharp genauso nutzen schauen wir uns das gleich in einem beispiel an link enhancements wo sehen sie denn hier link enhancements schau mal her ich bleibe beim thema ich habe mir hier die wichtigsten super helden aus the boys heraus kopiert manche kennen sie vielleicht manche nicht egal es spielt keine rolle tut nichts zur sache anhand dieses beispiels der wichtigsten superhelden die unter anderem auch einen coolness faktor drinnen haben und einen evilness faktor wie böse sind sie oder wie nett sind sie sind einfach zahlen die habe ich erfunden damit ich ein paar demodaten habe werde ich euch die neuen link funktionen zeigen hier seht ihr als erstes ich darf wieder in ach ich kann das so markieren range unterstützung bei take ist das nicht eine schöne syntax hier kann ich sagen ach bitte gib mir die ersten sieben elemente punkt punkt 7 heißt die ersten sieben elemente oder dieses carrot 2 bedeutet ignoriere die ersten zwei elemente tschuldigung tschuldigung falsch 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 ich habe mich versprochen vergesst was ich gesagt habe durch dieses carrot beginnt er hinten zu zählen dieses carrot bedeutet liefere mir die letzten beiden elemente bis zum ende also in der liste oben kämen heraus starlight und stormfront als late joiners to the seven so heißt das bei the boys aber ich glaube ihr versteht schon was ich meine dieses dach 2 führt zu diesen beiden objekten ich kann auch beides kombinieren ich kann sagen überspringe drei elemente und lasse die die letzten beiden aus und alles dazwischen das gibst du mir bitte zurück wichtige erweiterung in der take funktion next one kennt ihr das problem dass ihr manchmal ein innumerable in der hand habt und ihr möchtet gerne wissen wie viele elemente sind da drinnen um beispielsweise speicher zu allokieren oder die größe eine scroll bars anzupassen aber ihr fürchtet euch dass ihr die count methode aufruft weil wenn ihr die count methode aufruft und das ist ein innumerable ohne unterstützung für das length property also kein i collection sondern nur ein innumerable dann läuft er die gesamte innumerable in einer schleife durch um rauszufinden wie viele elemente das sind und es gibt jetzt eine neue funktionen link die heißt try get non enumerated count die ist dazu da dass wir dem link sagen können ach link schau mal ob du billig herausfinden kannst wie viele elemente in diesem ding drinnen sind lass bitte nicht das ganze 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 den ganzen enumerator durchlaufen das würde mir zu lange dauern nur wenn du es leicht rausfinden kannst weil es zum beispiel eine ray ist oder so dann gib mir den counter deshalb try get wirklich nützlich wenn das im hintergrund ein innumerable ist wo er nicht leicht herausfinden kann wie viele elemente drinnen sind dann gibt er false zurück und ihr bekommt keinen count der count ist null ja dann könnt ihr entsprechend darauf reagieren in diesem fall zum beispiel initialisiere ich die liste wenn ich weiß wie groß das ding ist gleich mit dem richtigen capacity und wenn ich nicht weiß dann gebe ich keine capacity an und dann muss ich damit leben dass dieses ding zur laufzeit reallokiert wird schön next one key selectors key selectors sind auch eine spannende sache key selectors gibt es für set operatoren wie distinct union intersect min max wie könnt ihr euch das vorstellen schaut euch noch mal die daten da oben an da haben wir ein paar daten und das ist wie gesagt der coolness faktor da gibt es ein paar die sind super 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 cool da gibt es ein paar die sind weniger cool und dann gibt es ein paar die sind meiner ansicht nach gar nicht so cool aber das ist individuelle einschätzung jeder der diese fernsehserie kennt und andere meinungen hat lasst es mich über den chat wissen aber das ist die individuelle einschätzung und jetzt möchte ich zum beispiel sagen distinct heroes aber nicht für das ganze objekt sondern basierend auf dem coolness faktor ich möchte also pro coolness faktor ein beispiel haben für einen super helden der so einen coolness faktor betrifft und das lässt sich jetzt ganz ganz leicht implementieren man sagt einfach distinct by das by ist das neue und übergibt den key selector und dann macht er eine distinct macht er distinkte objekte und bekommt man bekommt zufällig einen hero heraus oder ich glaube es ist der erste den er findet da drinnen der den jeweiligen coolness faktor hat und ähnlich kann man das auch mit union intersect intersect machen oder zum beispiel hier max bei mit max gib mir einfach den ersten den du findest mit der maximalen coolness es ist nicht definiert ob es der erste ist sondern ich bekomme einen aber ich glaube von der implementierung her dass es der erste sein wird also key selectors für distinct union intersect max min und weitere set operatoren der nächste operator der junk operator den kann man leichter erklären wenn ich das programm einfach mal ausführe so das ist er genau und das verschiebe ich ein wenig und dann lasst mich wieder mal malen achtet hier heroes junk 4 und achtet auf diese ausgabe diese chunks unterteilen mir die menge meiner superhelden in vierer blöcken hier seht ihr vier hier seht ihr vier und verbleibend einer eine storefront in diesem fall das heißt für so paging situationen ist das eine super praktische angelegenheit ihr bekommt eine innumerable über innumerables und könnt damit eine schöne paging artige darstellung vielleicht auf einer webseite oder auf einem report oder wie auch immer implementieren junk ja es glaube ich wenn man die ausgabe sieht gleich vollkommen klar das or default schaut euch selbst an das ist nicht erwähnenswert das zip ist das letzte was ich gerne mit euch besprechen möchte zip ist die letzte erweiterung von link die wir heute durchdiskutieren schaut euch mal an da oben habe ich meine superhelden von jedem superhelden habe ich seinen seinen superhelden namen und manche haben auch einen namen der realen welt die queen mavis maggie shaw das sind in summe wie viel sind das 1 2 3 4 5 6 7 8 9 superhelden und jetzt habe ich da unten rausgesucht dass wikipedia die namen der schauspieler meiner verschiedenen superhelden in dieser serie und mit zip geht er jetzt her und verbindet die elemente eines nach dem anderen index 0 index 1 index 2 index 3 index 4 und so weiter so geht das dahin das heißt wenn ich dieses programm jetzt noch mal starte dann werdet ihr jetzt hier eine schöne zusammenfassung eine schöne zusammenfassung sehen wer wird von wem gespielt durch den zipp operator achtung diese frage kam beim letzten durchführen des workshops wenn eine dieser listen kürzer ist ja dann hört er bei der kürzeren einfach auf vorher hatten wir wenn hatten wir hier als letztes element drinnen stormfront is played by ir cash wenn ich jetzt hier die ir cash weglasse dann haben wir einen eine schauspielerin weniger dann fällt der letzte satz einfach komplett weg er hört auf bei der kürzeren kein fehler genau link enhancements super praktisch oder kleinigkeiten aber nützliche kleinigkeiten die sind die wir ja am liebsten haben oder genau sources wie gesagt aufgetan so und für die letzten paar minuten habe ich mir noch etwas aufgehoben aus meiner sicht eines der highlights es ist aber so schnell erklärt und es ist so einfach und gleichzeitig so nützlich date only und time only finally bekommen wir date only und time only wie viele jahre mussten wir sie schaub entwickeln und immer uns ruhig umärgern mit diesem date time und time span und jetzt haben wir endlich unsere date time improvements schaut hier es gibt ein neues eine neue strukt ist ein value type date only das ist nur ein datum ohne zeitzone nur ein datum technisch ist es ein integer wert der die tage seit ersten jänner des jahres 1 repräsentiert man kann übrigens auf diesen rohn wert auch zugreifen über from day number dieses date only kann man parsen wie üblich wie bei date time auch pars exact parsen von spans ist alles möglich wie bei date time auch achtung in der aktuellen implementierung von .NET 6 ist noch keine unterstützung für json für date only und time only drinnen hoffentlich kommt das bald ich habe den entsprechenden hinweis das entsprechende github issue auf dem das getrackt wird hier in den beispiel code übernommen man kann sehr leicht zwischen den welten wechseln wenn ich einen date time value habe dann brauche ich nur sagen date only from day time und ich habe ein date only umgekehrt wenn ich jetzt zum beispiel einen date only wert habe dann gibt es eine methode to date time dann muss ich dann den time only anteil noch dazugeben und dann habe ich ein date and time das ich bisher auch schon kannte date only kann man manipulieren add days add months ich glaube das braucht keine weiteren erklärungen und date only hat natürlich alle zu erwarteten properties hier man day day of week day number min value max value alles da was man so braucht time only ist in einer ähnlichen liga time only ist eine war clock time time only bedeutet also man muss sich das vorstellen wie eine uhr die an der wand hängt das hat nichts mit zeitzonen zu tun bitte time only ist wirklich einfach nur eine uhrzeit wie bei einer war clock time technisch handelt es sich um ein vielfaches des 100 nanosekunden intervalls seit dem beginn des tages als long value abgespeichert über das property ticks kann man auf diesen rohen wert zugreifen und der rest ist wirklich wiederum nichts wovor man sich fürchten müsste wir können es parsen wie gewohnt wir können es konvertieren from time span to time span wir können es manipulieren add minutes add hours add time span und wir können auf ein paar properties zugreifen hour minute second millisecond ticks min value max value habe ich nicht hergeschrieben gibt es aber auch also ihr seht an dieser stelle dass es überhaupt kein hexenwerk was da dahinter steckt das ist überhaupt kein problem und weil ich gerade dran gedacht habe wollte ich noch was nachschauen da hat nämlich jemand vorher im vorigen workshop was gefragt genau da war die frage nämlich gibt es auch einen days anteil also kann ich nicht nur sagen hours minutes second sondern vielleicht vier tage sieben stunden und so weiter meine aussage war nein dafür würde ich time span nehmen hatte aber noch keine gelegenheit weil das schon heute vormittag war das zu kontrollieren nein es gibt kein days property also es beginnt bei der hour ihr müsst euch das wirklich vorstellen wie eine uhr die an der wand hängt das ist die uhrzeit das ist es was es kann und es hat auch keine zeitzone wieder es ist die uhr die an der wand hängt die uhr kann in japan hängen die uhr kann in deutschland hängen die uhr kann in den usa hängen das ist ganz egal es ist die uhrzeit der uhr an der wand die war clock time ist das nicht schön ein super feature auf das wir schon so lange warten erklärt in fünf minuten weil es so einfach und klar zu verwenden ist ich verstehe nicht ganz warum es so lange gedauert hat bis wir das bekommen haben ehrlich gesagt denn wenn man sich die implementierung ansieht von data only und time only ist es nicht wahnsinnig kompliziert aber gut ding braucht weile jetzt haben wir es es gibt noch eine ganze reihe von weiteren erweiterungen aber ich habe nur zweieinhalb stunden und deshalb muss ich hier mut zur lücke beweisen ich habe euch einige dinge die vielleicht für manche von euch noch relevant sein könnten zusammengefasst auf dieser what else slide und diese kleinen logos hier das sind links da klickt ihr einfach drauf damit ihr nachsehen könnt ob ihr vielleicht ob was da genau dahinter steckt und ob euch das interessiert hier im workshop werde ich diese dinge nicht näher behandeln und damit sind wir mit dem ersten teil des workshops durch das große thema das wir besprochen haben ist dotnet unification eine solide basis für alle workloads egal ob mobile cloud desktop aot iot meinte ich sorry alles one dotnet das ist das erste große thema und das zweite große thema ist performance 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 hauptsächlich cold start performance weil das in cloud umgebungen von viel größerer bedeutung ist als in traditionellen umgebungen wo man einen server hat den schaltet man einmal ein und der läuft dann über wochen dahin ohne dass ihn jemand angreift diese welt gehört eher der vergangenheit an in der cloud funktioniert das alles ein wenig anders und da spielt cold start plötzlich eine große rolle so wir haben jetzt exakt eineinhalb stunden gearbeitet wir haben ein paar minuten zu spät begonnen also ziemlich genau eineinhalb stunden und wir werden jetzt gedanklich mal tief durchatmen in einen anderen gang schalten und vom framework base class library compiler ein wenig nach oben steigen und die verbleibende stunde mit c sharp verbringen wir werden uns jetzt c sharp 10 ansehen ich möchte aber euch kurz die gelegenheit geben vielleicht die toilette aufzusuchen was zu trinken zu holen einen kaffee zu holen ich werde das ebenfalls machen und daher legen wir jetzt eine kurze pause ein es ist 31 und ich habe für den zweiten teil ziemlich genau 50 minuten eingeplant das heißt wir machen jetzt neun minuten pause bis 14 uhr 40 um 14 uhr 40 geht es dann weiter und da brauchen wir dann bis 15 uhr 30 ich habe programm wirklich bis 15 uhr 30 aber keine angst ich werde um 15 uhr 30 nicht auf der stelle sofort davonlaufen sondern wir haben selbstverständlich im anschluss noch gelegenheit über fragen von euch zu sprechen also wenn ihr fragen habt nehmt sie mit und nach dem vortrag werden wir uns das ganze dann gemeinsam durchsehen ok kurze pause ich schreibe es auch in chat rein pause pause bis 14 14 uhr 40 also lasst euch den kaffee schmecken wir sehen uns in ein paar minuten wieder ich sehe schon zumindest in der anwesenheitsliste sind alle wieder da wir können also wieder loslegen und ich werde jetzt wie besprochen das slide deck wechseln auf das zweite slide deck das ebenfalls online verfügbar ist ich habe euch den entsprechenden link bereits gegeben und ich öffne das jetzt auch bei mir so ich habe übrigens das recording wieder gestartet bis jetzt läuft technisch mit der aufzeichnung alles gut das heißt ich hoffe ich kann euch dann auch tatsächlich die aufzeichnung dieses workshops zur verfügung stellen gibt es irgendwelche fragen die übrig geblieben sind vom ersten teil bevor wir weitermachen nehmt bitte eventuelle fragen mit seid nicht zögerlich im anschluss an den workshop ich nehme mir gerne noch zeit vorher nach dem ersten workshop haben wir auch noch über eine viertelstunde diskutiert verschiedenste fragen das können wir dann sehr gerne machen so neues thema cshop 10 jetzt sind wir bei funktionen die spezifisch in der programmiersprache erweitert wurden reden wir mal kurz über den status von cshop 10 cshop 10 ist noch nicht fixiert wenn ihr heute die neueste version von vs 2022 runterlädt oder die neueste version von dortnet 6 dann sind nicht alle cshop features dort enthalten es gibt auch noch veränderungen es kann sein dass dinge noch rausfliegen in die nächste version geschoben werden und es kann sein dass vielleicht manche dinge von der nächsten version vielleicht doch noch vorgezogen werden so quasi als quick win es steht heute noch nicht fest welcher funktionsumfang exakt in cshop 10 dann schlussendlich drinnen sein wird aber wir haben schon einen gut guess würde ich mal sagen achtung wichtiger hinweis für alles größer gleich cshop 9 braucht man größer gleich dotnet 5 das heißt einige der sprachfunktionen die ich euch hier zeige sind vielleicht für euch nicht verfügbar weil ihr noch nicht auf etwas größer dotnet 5 seid dann müsst ihr gedanklich immer ein wenig umschalten wenn ihr in der neuen welt seid könnt ihr manche sprachkonstrukte verwenden die in der alten welt noch nicht verfügbar sind diese präsentation basiert auf der language feature status page das ist eine ganz interessante seite ich weiß nicht ob ihr die schon kennt die wird laufend gewartet vom cshop team und hier seht ihr genau welche features in welchem status sind inwiefern die bereits in gewisse versionen hinein gemerged wurden und da oben seht ihr dann auch welche dinge erst für die nächste version von sie schon abgeplant sind und hier passiert noch fest austauschen ja manche dieser dinge wandern vielleicht noch darunter manche wandern noch rauf wir werden sehen ich habe die wichtigsten hinweise dazu gegeben zu meinem slide deck außerdem gibt es da noch ein paar interessante links für diejenigen die es genau wissen wollen die language proposals stehen als markdown dateien auf github zur verfügung und auch die protokolle der language design meetings wo ihr direkt am puls des sprach design teams seid könnt ihr ebenfalls auf github unter diesem link nachlesen ist immer hochinteressant zu verfolgen und zu lesen die code snippets in diesem beispiel slide deck kann man entweder in visual studio 2022 ausprobieren oder in einer plattform die heißt sharplab.io ich darf die kurz mal öffnen hier sharplab.io hier seht ihr das ist eine ganz normale seite wie man sie vielfach im internet kennt auf der linken seite schreibt man c-sharp code und auf der rechten seite kann man jetzt verschiedene dinge tun man kann sich das ganze in einfach im c-sharp ansehen da werden die ganzen syntactic sugar zeug aufgelöst da sieht man was passiert im hintergrund ich kann mir den il code oder den assembler code ansehen und ich kann das ding auch ausführen wenn ich mag ja leider heute vormittag gab es probleme mit sharplab.io die sharplab seite war offline und es sieht auch jetzt noch nicht gut aus ich kann daher die beispiele nicht live zeigen bitte verzeiht mir das das ist außerhalb meines einflussbereichs aber ich habe alles in den slide decks drinnen das heißt wir werden uns die beispiele zeile für zeile in den slide decks ansehen und ich bin sicher ihr könnt das ganze gut mitnehmen und vielleicht klappt ja morgen sharplab.io schon wieder gestern hat es wunderbar funktioniert als ich die letzten änderungen durchgeführt habe ja kann mal passieren ist eine community seite stürzen wir uns in das erste thema lasst mich das bild hier etwas kleiner machen ich bin da jetzt im moment noch nicht so wichtig das thema ist wichtig recordstructs das ist eine kombination von zwei technologien die es schon länger in c sharp gibt structs also value types die am stack leben und records das waren bisher klassen records gibt es schon seit der letzten version von c sharp structs gibt es schon viel länger und diese beiden dinge werden jetzt zusammengefasst lasst mich kurz eure erinnerung auffrischen und über die guten alten unter anführungszeichen records reden die records seht ihr da unten record person record class product record oder record class bedeutet das gleiche das drückt aus dass dieser record im hintergrund als klasse implementiert ist leider habe ich heute nicht die zeit um das ganze thema records neu aufzufrischen records gibt es schon länger in c sharp wenn ihr sie noch nicht kennt dann bitte liest mal nach ich verweise auch auf meinen youtube channel dort habe ich einen intensiven einstündigen vortrag drinnen records inside out und dort könnt ihr alles erfahren in einer stunde was es so über record classes zu wissen gibt kurz gesagt record classes ich etwas zu schnell ich male wieder ein wenig record classes generieren einen konstruktor wo alle diese dinge im konstruktor vorkommen das heißt ich kann dann so ein objekt hier mit new anlegen außerdem sind diese record classes immutable und implementieren dinge wie equatable und ähnliche dinge ähnliche nützliche system interfaces also ich bekomme eine menge funktionalität geschenkt und ich kann mit einer zeile den konstruktor generieren eine immutable klasse generieren und ähnliche dinge super praktisch wenn ihr das noch nicht in eurem portfolio an c sharp werkzeugen habt unbedingt nachlesen eine lücke hat es gegeben denn bisher mit dotnet 5 waren records immer klassen und genau das ändert sich jetzt record structs sind records basierend auf structs wie es der name schon sagt die dinge wie i equatable equals to string get hashcode und alle diese dinge die gibt es genauso wie bei jeder anderen struktur auch die eigenschaften von records wie auto generierter konstruktoren solche dinge die gibt es genauso wie bei den record classes aber es gibt auch einige wichtige wichtige unterschiede zwischen record classes und record structs und auf die werde ich in den nächsten slides eingehen schön ich werde hier wieder ein klein wenig malen schiebe mal kurz mein fenster hier rüber so ich möchte eure aufmerksamkeit als erstes auf diesen teil da unten lenken das ist ein record struct ihr wisst ja kurze auffrischung eine struktur verwendet man in c sharp dann wenn man eine sehr kleine datenstruktur hat eine datenstruktur die vielleicht nur aus zwei drei integers besteht ein paar doubles vielleicht ein paar date times vielleicht ein paar date onlys irgendetwas was ein zwei drei vier hände voll bytes im speicher groß ist dann nimmt man eine struktur der große vorteil der struktur ist dass die struktur am stack lebt das heißt der garbage collector bekommt keine arbeit mit diesen dingen er muss diesen garbage nicht nicht wieder entfernen dadurch wird unser programm schneller wir brauchen weniger zeit im garbage collector kleine dinge passen gut in strukturen und dementsprechend habe ich ein beispiel gemacht klassiker vector 2d das sind zwei double werte und in diesem fall seht ihr dass wir wenn wir so schreiben automatisch den entsprechenden konstruktor bekommen wir bekommen automatisch die property accessor also wir können auf die werte aus diesem record struct da drinnen gleich zugreifen wir können nachdem es sich um structs handelt auch stack alloc und span verwenden wenn euch stack alloc und span nichts sagt dann bitte ich verweise ebenfalls auf meine youtube bibliothek oder schaut in die ms in die in die doku rein in die docs microsoft dot com da wird viel über spans und stack alloc gesprochen da geht es darum dass man nicht nur einen einzelnen strukt am stack anlegt sondern ein array von strukt sehr speichereffizient am stack anlegt das ist stack alloc das ist nicht unsafe programming das ist safe programming stack alloc wird unterstützt auch für safe programming also diese dinge bekomme ich alle geschenkt wenn ich mag kann ich weitere methoden hinzufügen hier habe ich aus demonstrationszwecken zum beispiel ein operator overloading hinzugefügt den plus operator mit dem man zwei vektoren addieren kann jetzt kommt ein wichtiger unterschied ich nehme eine andere farbe ein wichtiger unterschied zu record classes record structs sind nicht immutable bei default record structs sind mutable man kann die werte des record structs verändern der with operator den ihr vielleicht ebenfalls aus record structs kennt sorry aus record classes schon kennt den gibt es auch für record structs also das ist kein unterschied das ist das gleiche wie das was ihr schon kennt ja also sehr viel bekannt die klassischen dinge von structs einfach anwendbar und eine kleine änderung bei default mutable nicht immutable so ich gebe jetzt noch eine chance dem sharp lab ich hätte euch das gern gezeigt wie der code generiert wird aber sharp lab macht nicht mag nicht okay gut dann bleiben wir bei den slides es hilft nichts ich entschuldige mich dafür liegt außerhalb meines einflugsbereichs das ist halt einfach so wir kommen gut durch ja da habe ich ein paar highlights gemacht das habe ich jetzt gerade gemalt next one diese record structs kann man mit einem wichtigen schlüsselwort das ihr wahrscheinlich von structs schon kennt zu read only machen das ist jetzt die brücke zu immutable durch das read only wird die struct jetzt immutable und dann ist das da oben nicht mehr möglich und dann verhält sich die record struct auch so wie eine record class record classes sind immutable des weiteren sind da noch ein paar besonderheiten drinnen eine besonderheit ist dass man wenn man mag die entsprechenden properties die hier im konstruktor definiert sind auch explizit schreiben kann warum sollte man das tun eine mögliche ein möglicher grund ist dass man hier attributes anwenden will also wenn man auf ein attribut des konstruktor parametres ein attribut setzen möchte dann kann man das an dieser stelle machen indem man so ihr seht das hier das property selbst definiert die alternative ist dass man die attribute mit dieser schreibweise die ihr hier seht mit der property colon schreibweise direkt im konstruktor schon verwendet auch das ist möglich beides wird unterstützt keine unterschiede zu record classes hier wird genau das gleiche übernommen nur die read only funktionalität die ist etwas besonderes die gibt es in der form bei record classes nicht paar highlights sei es drum ausnahmefall es gibt situationen speziell bei structs wo vielleicht bestehender code existiert der mit properties nicht so gut umgehen kann wenn man um die burg keine properties haben will sondern fields haben will dann kann man sich hier das ganze um definieren dadurch wird aus den properties werden da fields draus also wir haben jetzt drei felder xyz statt drei properties xyz eine besonderheit die dazu kommt ist das sogenannte sealed overriding von to string das erfordert ein wenig beschreibung bitte werft ich mal wieder ein wenig bitte werft einen genaueren blick auf diese drei typen hier das sind drei record drei records in diesem fall sind es record classes nicht record structs aber das gleiche funktioniert auch bei record structs achtet darauf dass es hier eine abstrakte basis record gibt der heißt base record und nimmt einen name als parameter wir überschreiben hier override string und geben bei to string den name aus würde man jetzt zwei abgeleitete records machen achtet darauf die leiten ab von base record dann würde die abgeleiteten records die implementation von to string die wir im basis record drinnen haben überschreiben das heißt type a und type b hätten eigene überschriebene varianten von to string und die to string variante in der basis record würde nicht mehr relevant sein die würde bei type a und type b nicht angewandt und aus diesem grund gibt es jetzt eine erweiterung zu dem override nämlich das sealed override sealed override versiegelt die überschreibung der methode to string hier in diesem beispiel und sorgt dafür dass die abgeleiteten records type a und type b die in der basis klasse in diesem fall implementierte variante von to string nicht überschreiben sealed override ja das macht dieses sealed override das braucht man im besonderen für die to string methode wenn man eine hierarchie von records macht bitte vergesst nicht das ist mir ein wichtiger punkt und jetzt schiebe ich die mein video wieder rüber weil ich manchmal die tendenz dazu habe mit händen und füßen zu reden und in diesem fall ist es wichtig in eurem gedanken modell lernt nicht neu records records was sind records was können records records sind am ende des tages das ist einfach klassen oder strukturen das ist nur sogenannte syntactic sugar über strukturen und klassen obendrüber das spart euch tipparbeit das ist keine magie das ist man könnte sagen es ist harry potter programmieren weil ein wenig feenstaub obendrüber ein zauberspruch und schon haben wir eine klasse oder eine struktur aber in tagtick sugar schaut euch mal wenn sharp lab io wieder funktioniert an was da an sie sharp code rausgeneriert wird es werden ganz normale klassen und strukturen erzeugt es sind nur kürzere schreibweisen sie schaut wird prägnanter und das ist eine gute schreibweise soweit zu den records records kleine ergänzung nützliche ergänzung haben wir eine frage vielleicht wieder einen schluck wasser nein alles gut next one global usings ja das ist ein schnelles ding das ist schnell erklärt global usings ach wisst ihr was da gehe ich gleich rüber in das beispiel das zeigt das einfach wunderbar her schaut mal her ich habe bin hierher gegangen und habe hier an der stelle auf der linken seite eine datei bei imports.cs die könnt ihr irgendwo in euer projekt reinschmeißen und achtet an dieser stelle auf die global schlüsselworte hier global using funktioniert auch mit global using static und wenn wir dann auf der rechten seite schauen dann werdet ihr sehen dass ich hier zum beispiel den string builder verwenden kann ohne hier in diesem program.cs system.text importieren zu müssen wegen dem global hier oder wenn ich weiter schaue beim write line da unten da gebe ich kein console an warum weil ich hier an dieser stelle ein global using static drin hatte kleine funktion nützliche funktion macht das ganze einfach etwas prägnanter und kleiner ist es eine gute idee einfach alles immer in diese global usings reinzuwerfen na vielleicht nicht in die global usings würde ich die dinge reingeben die in 90 prozent oder mehr der fälle wirklich gebraucht werden wenn ich einen namespace verwende den ich wirklich sehr selektiv nur in ganz wenigen programmteilen brauche dann würde ich ihn vielleicht nicht unbedingt in die global usings reinschmeißen ok filescoped namespaces kann man aktuell in der visual studio 2022 version noch nicht ausprobieren sind auch wieder super super schnell erklärt microsoft hat eine analyse gemacht von c sharp projekten auf github und man hat herausgefunden dass in 99,99 prozent aller fälle die c sharp dateien einen einzigen namespace beinhaltet haben das heißt alle haben geschrieben namespace geschweifte klammer einrückung immer wieder das gleiche und da hat man sich mittlerweile die frage gestellt ja muss das wirklich sein und die antwort lautet nein wenn ich schon so frage seht ihr hier klassiker namespace geschweifte klammer einrückung hier namespace ohne jegliche einrückung das ist ein filescoped namespace dieser namespace gilt für das gesamte file nein ich kann nicht mehrere verschiedene namespaces in einem file definieren das ist für diese 99,99 prozent wo das ganze file in einem namespace drin sein soll ihr fragt euch vielleicht wozu hey einer das ist doch vollkommen egal ob wir da eine geschweifte klammer und einrückung machen warum investiert irgendjemand bei microsoft zeit in sowas die antwort lautet das ist wichtig glaubt mir wenn ich mit den kindern und jugendlichen programmieren in coder dojo oder in unserer schule dann müssen wir uns in c sharp vergleichen mit programmiersprachen mit typescript und go und rust und die können teilweise wirklich lässige sachen simple simple dinge sind dort auch wirklich simple simple things must be simple und der einstieg in die programmierung der wird leichter gemacht wenn manche dinge leichter und übersichtlicher gemacht werden okay rust ist ein schlechtes beispiel weil rust alles andere als eine einfache programmiersprache ist aber nehmt go oder typescript oder javascript her super kompakt und wenn wenn die die nächste generation der entwickler innen wenn die lernen dass sie sharp auch eine prägnante kurze angenehme syntax hat wo man einfache dinge die hello world beispiele schnell und einfach erzeugen kann dann profitieren auch die profis wie ihr und ich davon denn dann haben wir nachwuchs dann finden wir neue kollegen und kolleginnen und dann lebt die sprache sie sharp und die plattform dort nicht noch weiter wichtiger punkt deshalb ist es entscheidend dass solche dinge wirklich genutzt werden und nicht genutzt wirklich eingebaut werden in die sprache genau definite assignment improvement ist in einer ähnlichen liga das wird euch jetzt nicht vom hocker hauen das gebe ich schon zu aber es ist nützlich zu sehen dass das gemacht wurde schauen wir uns kurz dieses beispiel jahren ich möchte wieder ein klein wenig malen hier seht ihr da unten eine klassenhierarchie ich habe mir erlaubt hier eine basisklasse animal zu machen und davon abgeleitet dogs die können bellen bark und cats die können schnurren purr und der nächste teil der wichtig ist an dieser stelle ist dass wir hier eine animal factory gebaut haben die eine methode anbietet try get animal und die liefert einfach hier ein animal zurück das kann eine katze sein das kann ein hund sein der aufruf verweist es nicht das kann ein animal oder sorry es kann eine katze oder ein hund sein und jetzt werft bitte einen blick auf diesen code da oben hier sehen wir den aufruf von diesem try get animal das wir da unten definiert haben da bekommen wir wie ich es gesagt habe eine animal zurück und das da hinten andere farbe das hier ist jetzt sogenanntes pattern matching das ist nicht neu das gibt es schon lange das bedeutet wir prüfen hier mit dem is operator ob animal eine katze ist und deklarieren eine neue variable namens c sie hat einen typ cat und sie hat einen definitiven wert innerhalb dieses codeblocks hier das heißt innerhalb dieses codeblocks können wir jetzt sie verwenden wir wissen dass sie eine katze ist und wir können fix davon ausgehen dass sie einen zugewiesenen wert hat deshalb heißt diese funktion definite assignment das ist noch nicht neu das gibt es schon lange es nennt sich pattern matching und das ist ein type pattern und ja äußerst nützlich verwende ich jeden tag zigmal wenn ich sie schaubprogrammiere wirklich wirklich hilfreich jetzt kommen wir zu den neuerungen und die neuerungen das sind die hier schaut mal her das ist viermal praktisch der gleiche code wie vorher nur jedes mal ein klein wenig anders geschrieben einmal wird hier mit gleich gleich true überprüft da wird mit is true überprüft da wird mit einem nullable coalesce operator gearbeitet und da wird mit einem inline if gearbeitet und wisst ihr was diese varianten obwohl sie vom vom inhalt und kontext der exakt das gleiche sind was ich vorher gezeigt habe haben bis heute nicht funktioniert in dotnet man hat einen ganz eigenartigen widersprüchlichen fehler bekommen dass cat nicht definite es sein dies nur wegen dieser syntax varianten und hier hat microsoft einfach aufgeräumt und das ist für mich immer eine schöne nachricht wenn ich sehe dass microsoft auch auf diese kleinigkeiten auf diese dinge die einfach sand im getriebe sind wert liegt und das wurde jetzt mit dotnet 6 behoben diese definite assignment funktionieren jetzt sind in ordnung sie gehen einfach ihr müsst euch nichts merken es funktioniert einfach das was man erwartet dass es funktionieren sollte gute sache definite assignment nennt sich diese funktion static abstract members in interfaces bis jetzt konnte man in interfaces in c sharp nur instanz methoden und so weiter voraussetzen man konnte also in einer in einem interface in einer art contract sagen jede klasse die dieses interface implementiert muss diese und jene methoden properties und so weiter haben aber immer instanz methoden instanz properties und jetzt neu kann man auch verlangen dass eine bestimmte klasse gewisse statische methoden hat wofür zum kuckuck braucht man das ich gehe gleich aufs beispiel man braucht das hauptsächlich für operator overloading seht ihr ich kann für mathematische klassen beispielsweise ein interface definieren das nennt sich addable und dieses interface addable sagt eine klasse ist addable wenn sie den operator plus implementiert den seht ihr hier jetzt ist aber so viele wissen dass wahrscheinlich in c sharp funktioniert operator overloading mit hilfe von statischen methoden ich muss eine statische methode operator plus implementieren wo ich zwei instanzen von t bekomme und die muss ich dann addieren und das ergebnis als t zurückgeben hier unten seht ihr dann ein beispiel von einer vektor klasse in diesem fall eine record struck sogar die das interface implementiert und achtet drauf die hat genau dieses operator overloading für den vektor und das ist das neue dieses static schlüsselwort das ihr hier drinnen seht das ist neu im interface im zusammenhang mit dem interface und schaut mal was ich jetzt tun kann ich kann mir hier eine beliebige collection of vectors machen das sind einfach vector to these und dann kann ich hier eine methode machen in der ich mit einer for each schleife alle diese vektoren mit plus ist gleich addiere und das ist jetzt deshalb möglich weil diese dinge dieses i addable interface implementieren i addable ermöglicht also jetzt dass ich hier ausdrücke welche typen addierbar sind und das ganze über ein interface sicherstelle diese add all methode ist generisch seht ihr das dieses t ist ein addable also die add all methode funktioniert nicht nur für vektoren sie funktioniert für jede klasse die i addable implementiert also einen operator plus implementiert und zusätzlich auch noch einen null wert implementiert für 2d vektoren für 3d vektoren für alles was man addieren kann kann man dieses i addable interface implementieren falls euch interessiert von wo diese einflüsse kommen das ist zum beispiel etwas wo sie schaub meiner ansicht nach dann einige anleihen genommen hat von rust oder von gemeinsamen vorfahren mit rust rust und sie schaub beeinflussen sich gegenseitig durch aus in rust würde das ganz ganz ähnlich funktionieren dort gibt es einen add trait den ich implementieren kann nach dem gleichen prinzip wie hier genau static abstract interface members ist das thema an der stelle schau lambda improvements es gibt lambda improvements sie sind nicht revolutionär aber sie sind hilfreich es geht wieder darum dass man kleine unschönheiten entfernt schau dir asp.net bietet eine methode mit der kann ich beispielsweise eine web api bauen die man so definiert schaut auf diesen code hier map action heißt die methode unterschreibt man darüber ein attribut htp get slash unterschreibt man dann einfach eine kleine methode get answer und liefert 42 zurück wenn also jemand im browser eingibt localhost keine ahnung 5000 irgendwas slash dann kommt als antwort zurück 42 und das unschöne was bisher notwendig war ist das hier das ist wieder in dieser gleichen liga wo man sich als profi denkt naja gut dann schreibe ich es halt hin aber als anfänger denkt man sich um gottes willen wie viele sonderzeichen sind da drinnen und warum zum kuckuck muss ich da funk auf int hinschreiben was ist ein funk und was sind diese spitzklammern was ich eigentlich schreiben möchte ist das hier oder noch cooler wenn wir mehr in der javascript welt aufgewachsen sind dann möchte ich vielleicht das alles in einer einzigen lambda mit einem attribut über das lambda zeugs drüber schreiben und seht ihr genau die unteren beiden varianten sind ab jetzt möglich die kann dotnet 6 jetzt wieder als profi hey who cares dann schreibt es eben nicht hin ist egal macht keinen unterschied anfänger innen für die macht das einen unterschied das ist viel klarer viel prägnanter kürzer das kommt einem sofort bekannt vor wenn man zum beispiel aus der javascript ecke kommt technisch steckt dahinter ein prinzip das nennt sich natural type es gibt jetzt für lambda ausdrücke einen natural type und das ist die entsprechende funk of oder action of schaut euch mal das hier an das ist so eine typische lambda also ein typischer lambda ausdruck der keine parameter bekommt und einen integer wert nämlich 42 zurückgibt und bisher mussten wir für so etwas immer links vorne funk of int hinschreiben es ging nicht anders es war notwendig weil bisher diese lambda dieser lambda ausdruck keinen natural type hatte das ist jetzt anders jetzt hat das ding ein natural type und daher können wir wahre hinschreiben und und jetzt schlagt mich bitte nicht wer aus der javascript ecke kommt wird es begeistert aufhüpfen aber alle anderen werden die hände über den kopf zusammenschlagen so etwas ist jetzt auch möglich da definiert man eine lambda funktion die man sofort dahinter aufruft cool oder javascript uralt machen wir seit jahrzehnten c sharp panik angst kann man das wirklich was soll das ja funktioniert man kann lambdas dann direkt aufrufen ich hoffe dass das schon in c sharp 10 kommt ihr wisst ja moving target wird man sehen ob manche dinge vielleicht noch verschoben werden ich finde es gut ich finde es gut diese erweiterung schöne sache lambda improvement merkt euch die sogenannten natural types das ist vielleicht ein konzept das ihr mitnehmen könnt das gibt es für andere datentypen auch jetzt kommen wir zu dem teil wo wahrscheinlich einiges rausfliegen wird für c sharp 10 ich gehe es flott durch und es sind zum glück keine komplexen dinge über die wir reden müssen Nummer eins parameternamen in name of schaut mal her hier beispielsweise kann ich name of direkt in einem attribut verwenden und kann bei dem name of mich auf hier den parameternamen beziehen praktisch für manche dinge ist es sehr praktisch leider wird es wahrscheinlich nicht in c sharp 10 reinpassen zumindest ist es im moment auf c sharp next verschoben nächster punkt constant interpolated strings ich möchte eure aufmerksamkeit auf diese zwei zeilen code werfen seht ihr dass die zeile 3 eine string konstante ist und die zeile 4 eine interpolation ist mit den geschweiften klammern wird der string von s1 hier eingefügt das würde normalerweise bisher nicht funktionieren weil eine interpolation zur laufzeit ausgeführt wird aber jetzt ist der c sharp compiler so schlau dass er erkennt dass alles was da drinnen vorkommt konstant ist und daher kann er diese konstante interpolation schon zur compile-zeit auflösen und daher ist das jetzt okay das bringt uns auch bei der performance was wenn wir uns sowas da ansehen hier dann wird der compiler drauf kommen dass diese interpolation mit dem name of drinnen eigentlich alles konstante strings sind und wir brauchen keine zeit zur laufzeit um diese interpolation durchzuführen das macht der compiler gleich am beginn gleich wenn er den code kompiliert und ich muss zur laufzeit keine performance mehr dafür opfern constant interpolated strings performance ist das thema caller argument expressions das klappe ich gleich mal alles auf dann seht ihr das glaube ich ganz gut stellt euch vor ihr schreibt hier eine kleine methode ich darf wieder ein wenig malen die methode lower und diese methode soll sofern argument größer max value ist eine exception werfen der exception text könnte lauten argument must be lower or equal max value allerdings wäre es vielleicht hilfreich dass wir im exception text nicht einfach den wert von argument und den wert von max value eintragen sondern es wäre vielleicht hilfreich wenn wir den das bildungsgesetz den ausdruck englisch die expression ausgeben die dazu geführt hat schau mal hier hier rufe ich zum beispiel das argument mit x mal 2 auf und hier rufe ich das max value hier mit math.py auf was ich jetzt tun kann und das ist neu ich kann hier angeben dass ich gerne das caller argument expression als string haben will ich bekomme der compiler wandelt mir den ausdruck das x mal 2 oder das math.py in einen text um und übergebt mir hier in den caller argument expressions den text der expressions und dann wird in der exception ihr seht es da unten nicht einfach nur das ergebnis ausgewählt also 5 mal 2 ist 10 es steht hier nicht 10 sondern es steht x mal 2 es hält euch niemand davon ab beides auszugeben das argument und die argument expression aber dieses ding ist wirklich primär da um fehlermeldungen besser zu machen das ist das caller argument expression attribut sehr nützlich für sprechende und gute fehlermeldungen denkt an unit tests wo ihr in einem unit test irgendwelche exceptions drinnen habt und dann aus der aus dem test protokoll wissen müsst was ist da schief gegangen da kann sowas schon sehr nützlich sein der nächste wird es ziemlich sicher nicht in sicher 10 schaffen der war schon vorgesehen diese funktion war schon vorgesehen für c shop 9 hat es nicht geschafft und ich glaube auch nicht dass es in c shop 10 schafft die idee war relativ simpel man packt hier hinten dran an den funktionsparameter ein rufzeichen und dann wird dieser code daraus generiert ich lasse euch das kurz am bildschirm damit ihr den code lesen könnt ziemlich straightforward oder aber die diskussion ist ganz ganz heiß sie wird ganz ganz heiß geführt man stellt sich die frage soll ich ein soll ich ein soll ich ein einen operator wie rufzeichen der sowieso schon so viele bedeutungen hat hier nochmal im kontext eine andere bedeutung geben ist es das wert kann ich nicht einfach diese zwei zeilen schreiben und gut ja das ist die der gedanke dahinter es ist wie es ist es ist im moment verschoben auf sie schaut wie nächstes mal sehen ob wir das jemals bekommen ihr könnt euch die entsprechenden github proposals raussuchen aus der zuvor verlinkten seite und dann könnt ihr heftig mitdiskutieren ich bin neugierig ob wir das noch irgendwann mal kriegen werden ich fände es ganz nützlich persönlich sehr schön declarations und deconstructions wieder etwas was ganz stark von einer anderen programmiersprache beeinflusst wird nämlich go schauen wir uns ganz kurz ich zoome wieder an damit wir gut miteinander reden können schauen wir uns an und zwar speziell wichtig ist das hier und das hier ihr seht hier wir haben eine funktion zeile 15 get answer diese funktion liefert ein tuple zurück ein tuple aus einem optionalen int und einem optionalen error error ist einfach eine dummy klasse die ihr in der zeile 18 seht die idee ist wenn kein fehler auftritt ist int belegt wenn ein fehler auftritt ist r belegt ihr seht beispiele in der zeile 15 und 16 und was wir dann haben ist wir müssen diese beiden dinge auseinander glauben und dafür brauchen wir dekonstruktion und was jetzt möglich ist ist dass wir mischen seht ihr hier eine existierende variante variante eine existierende variable und eine neu deklarierte variable in einem aufwasch dekonstruktion und variablen deklaration in einer zeile und dann können wir auf den entsprechenden return value und den entsprechenden fehler value zugreifen in der nächsten zeile in der zeile 9 deshalb heißt dieses ding declaration and deconstruction weil ich deklariere und dekonstruiere in einer einzigen zeile auch ein neues feature in c sharp 10 und wie gesagt wenn ihr schon mal go ausprobiert habt dann werdet ihr wissen dass in go das gesamte fehlerhandling immer so aussieht das ist ein pattern das hat sich dort gut bewährt in go gibt es keine exceptions sowas existiert dort nicht gibt es tausend gründe dafür gibt auch einige gründe dagegen warum man sehr wohl exceptions haben will aber go hat keine exceptions und deshalb sieht fehlermeldung immer so aus das ist nicht schlecht also go hat dinge hervorgebracht wie docker kubernetes und viele andere produkte das sind schon beeindruckende software pakete und das ist schon ein track record und wenn das dort für go funktioniert vielleicht ist es ja auch für c sharp da oder dort nützlich und insofern bin ich froh dass diese art der programmierung jetzt hier reingekommen ist schön last but not least habe ich mir ein paar dinge aufgehoben die toll 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 sind aber leider wahrscheinlich erst in die nächste version reinrutschen haltet die daumen vielleicht klappt es ja doch noch ich zeige euch wie das ganze funktioniert ich male wieder ein bisschen schaut mal her ist das nicht cool ich habe eine liste von numbers und ich möchte in einer zeile prüfen ob zwei listen ident sind numbers is 1 2 3 5 8 schön oder das nennt sich ein sogenanntes list pattern steht oben aber das ist nur der beginn wir haben noch viel viel mehr schaut euch das da unten zum beispiel an seht ihr first ist jetzt ein var pattern das ist ein pattern das es schon urlange in c sharp gibt ein var pattern das var pattern ist dazu da dass man den wert eines patterns extrahiert um diesen wert dann später im ausdruck oder in einem späteren code block explizit verwenden zu können hier kann ich sagen hey numbers muss bestehen aus irgendeinem wert dann 2 3 5 und dann noch einen wert und diese beiden irgendwelchen werte die möchte ich dann später erst überprüfen ob die irgendwelche bedingungen erfüllen also ihr seht sehr sehr praktisch aber wirklich cool wird die sache da unten seht ihr das numbers switch das list pattern in verbindung mit der switch expression erster ausdruck es muss eine 1 kommen dann beliebig viele werte egal welche werte dann müssen noch 2 werte kommen der letzte wert muss 8 sein und den vorletzten werten würde ich gerne raus extrahieren mit einem war pattern damit ich auf ihn zugreifen kann wow oder die zweite option es muss eine 1 kommen dann müssen mindestens noch 2 werte sein ich sage nichts über diese werte aber sie müssen da sein und dann können 0 bis n weitere werte folgen das ist das punktpunkt ich glaube ihr versteht schon was ich meine jetzt sieht man schon welche power hinter diesem list pattern steckt aber das ist immer noch nicht alles da kommt noch eine ganze menge dazu lasst mich hier mal weiter blättern hier hier darf ich euch auf diese zeilen eure aufmerksamkeit lenken hier habe ich mal andere super helden genommen superman und the tick superman hat als max jump distance max value aber der kann fliegen the tick ist super stark der kann nicht fliegen aber er kann weit springen und schaut mal was ich hier in dieser zeile gemacht habe hier diese geschweifte klammer und diese geschweifte klammer das ist das list pattern andere farbe für das erste element habe ich hier jetzt ein relational pattern drinnen und hier habe ich nochmal ein relational pattern und hier drinnen habe ich dann noch was anderes das ist jetzt unser var pattern das wir schon kennengelernt haben also ich kann diese patterns je nach bedarf wirklich stark miteinander mischen wenn euch pattern matching noch kein begriff ist und ihr pattern matching noch nicht so zu eurem programmierarsenal in cshop hinzugefügt habt dann holt das nach pattern matching hat schon in cshop 7 begonnen und pattern matching hört nicht auf pattern matching wird ständig erweitert und wird immer mächtiger nicht nur in cshop in anderen sprachen wie go oder rust oder so auch in typescript kommt das immer immer mehr weil es so so nützlich als so nützlich sich erwiesen hat ich habe auch in meiner youtube library einen eigenen vortrag ich glaube heißt pattern matching inside out oder so wo ich auch wieder in einer stunde alles mögliche erkläre rund um pattern matching und diese list patterns kann ich mit den bestehenden patterns also wunderbar kombinieren aber wie gesagt warnung es ist gut möglich dass diese list patterns in die nächste version von cshop verschoben werden ja die extended property syntax die ist nicht spannend die lassen wir weg die ist wirklich nicht tragisch die zeit fliegt ich habe gewusst dass ich nur zweieinhalb stunden für den workshop habe und aus diesem grund konnte ich natürlich nicht alles behandeln es gibt noch ein paar dinge die aus meiner sicht nicht so wichtig sind für die tägliche arbeit sie sind wirklich randthemen teilweise sind sie nur wichtig wenn man tief 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 abstrakte basis strukturen baut teilweise sind das dinge die sind nur für microsoft wirklich wichtig für das bauen der base class library wenn euch diese dinge interessieren dann bitte schaut unter diesen links nach ich habe ich die ganzen proposals verlinkt da könnt ihr alle details nachlesen aber ich muss hier einfach mut zur lücke beweisen was ist der eindruck den man von c shop 10 gewinnen kann der eindruck von c shop 10 ist solide versionspolitik es passieren aufräum arbeiten in dem sinn dass dinge dazu kommen die eigentlich man erwartet dass sie funktionieren sollten oder dass sie da sind denkt an record structs es gibt keinen grund dass sie fehlen wenn es record classes gibt sollte es auch records class geben record structs geben also hier wurde einfach aufgeräumt hier wurde sauberer gemacht hier wurde mit fehlern aufgeräumt hier wurde eine menge gemacht damit code wieder ein klein wenig ausdrucksstärker ist und eben die fehlenden features hinzugefügt wurden ist es eine revolution haben wir jetzt eine revolution drinnen was was hier wirklich fundamentale umwechzungen drinnen sind durch die sprache wie wir es hatten bei link zum beispiel wie wir es hatten bei span of t und memory of t da haben sie wirklich ganz neue ganz neue welten wurden hier geöffnet für uns als C-Sharp entwickler innen das ist in C-Sharp 10 nicht der fall diese großen umwälzungen finden jetzt im moment nicht bei C-Sharp sondern bei .NET statt .NET 6 diese unification strategy dieser starke fokus richtung performance cold start performance cloud readiness dort findet in dieser version wirklich die große innovation statt C-Sharp ist solide gute fortschrittliche weiterentwicklung der sprache aber eben auch schon nicht mehr wir werden sehen wie es in den nächsten versionen dann weitergeht für diesen für diesen versionssprung den wir jetzt vor uns haben sind die wirklich spannenden dinge wie gesagt im framework zu finden ich habe es immer gern wenn am ende eines workshops das ende der zeit und das ende des inhalts zusammen fallen und das ist jetzt der fall unser workshop war angesetzt für zweieinhalb stunden wir haben um 13 uhr begonnen und es ist jetzt 15 uhr 27 das heißt ich konnte vom zeitmanagement her ziemlich genau die geplanten zweieinhalb stunden ein einhalten es hat mich wirklich sehr gefreut dass ich bei euch zu gast sein durfte und bei eurem event etwas über .NET 6 und C-Sharp erzählen durfte es hat mich auch gefreut dass am vormittag der workshop voll war und jetzt der workshop wieder fast voll ist ich hoffe ich konnte die dinge gut erklären es sind im zweiten workshop relativ wenig fragen gekommen aber ich denke vielleicht kommen ja jetzt im anschluss noch fragen ich laufe nicht gleich weg ich werde hiermit den offiziellen workshop teil beschließen wer weg muss wer schon termine hat bei wem vielleicht der magen knurrt der einen anderen workshop noch hat den er besuchen möchte dann nochmal danke fürs dabei sein und tschüss schönen tag morgen mache ich nochmal einen kurzen workshop falls ihr lust habt könnt ihr da wieder vorbeischauen alle anderen bleibt noch ein wenig hier lasst uns noch ein wenig plaudern ich werde dafür aber das recording beenden ihr braucht keine angst haben weder eure fragen noch die antworten werden am video veröffentlicht okay also danke für die die weg müssen und für alle anderen öffnet das mikro und stellt fragen dankeschön